Da musste ich live mit zusehen, wie unsere Mutter immer wieder verprügelt hat. Sie hatte keine Kindheit gehabt und sie wollte uns alles geben. Und sie hat gesagt, solange du und ich auf eigenen Füssen stehen, werde ich ihn nicht verlassen. Wann hat die Bewährungshelfer mir eine Chance gegeben und hat gesagt, schau, aber du musst jetzt eine Lehrstelle finden, weil wenn du keine Lehrstelle findest, drei Jahre Jugendknast. Und ich dachte immer, wenn ich reich werde, wenn ich viel Geld verdiene, dann hört das alles auf. Ich habe damals nicht gewusst, was Traumata ist, all diese Firmen, wo ich aufgebracht habe. Ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet. Alles habe ich gemacht, um es ihm zu beweisen. Was, wenn ich Vaterliebe gehabt hätte, was wäre aus mir geworden? Ich habe gesagt, Mila, wenn diese zwei Kiffer das können, dann wirst du als Kokser dieses Game revolutionieren. Ich schwör's dir, Bro. Urlaub und Arbeit ist für mich dasselbe. Es gibt keine Müdigkeit mehr, weil ich meine Berufung lebe. Was würdest du als das Millionärs Mindset bezeichnen? Mittlerweile kennen wir sie wahrscheinlich alle. Die klassische vom Tellerwäscher zum Millionärs Story. Und mich langweilen diese Geschichten meistens, weil es eben schon so viele davon gibt und sie oft auch nicht wirklich authentisch erzählt werden. Aber heute ändern wir das und zwar mit unserem heutigen Gast Milan Milic. Und damit sage ich herzlich willkommen zurück bei The Chainless Life. Deinem Podcast für Bildung, die befreit. Und das kann unser heutiger Gast Milan Milic auf jeden Fall auch behaupten. Denn er war vor 25 Jahren noch Crack-süchtig und hat über drei Jahre hinweg jeden Tag Crack geraucht und konnte durch das klassische Bildungssystem nicht wirklich das kriegen, was er damals gebraucht hat, um heute erfolgreich zu sein. Heute hat er nicht nur ein eigenes Ayahuasca-Retreat-Business, sondern auch mehrere andere Unternehmen und macht damit einen Umsatz von mehreren Millionen Euro jedes Jahr. Und deswegen tauchen wir mit Milan heute in seine Kindheit und schauen uns mal an, was da passiert ist, was ihn geprägt hat und wie auch die ganze Gewalt, die er von seinem Vater damals erfahren hat, ihn auch heute noch beschäftigt und wie er auch lange durch diese traumatischen Erlebnisse nicht wirklich wusste, wie er sich befreien soll. Und mach dich hier wirklich gefasst auf sehr intensive, explizite Storys, in denen wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Das heißt, neben der Story von Milan lernst du heute nicht nur, wie du auch für dich ein Millionaire-Mindset kreieren kannst, auch wenn du vielleicht nicht aus gutem Hause kommst, sondern wie du entsprechend auch mit diesen Traumas arbeiten kannst und wie vielleicht auch Ayahuasca der Schlüssel zu deiner Heilung sein könnte. Ich wünsche viel Spass, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Milan Milic. Ich habe jetzt gerade nochmal deine Instagram-Bio mir abgecheckt und da steht drauf, vom Kellner zu 287 Millionen Euro Umsatz. Und ich weiß jetzt aber durch ein Gespräch, das wir hatten, dass du eigentlich nicht ein Kellner warst, sondern ein Crack-Junkie. Also wir sollten mir vielleicht nochmal in der Bio anpassen, weil ich finde, das ist noch eine... Also, weil ich sage es mal so, weil ich sage es mal so, weißt du, diese Tellerwäscher vom Tellerwäscher zu Millionär-Stories, die kommen hier gar nicht mehr auf den Podcast, weil die sind ausgelutscht. Die kennen wir so. Aber du bist hier, weil du wirklich mal Crack geraucht hast. Erzähl mir mal bitte, weil ich habe es noch nie gemacht, Wie fühlt es sich an, so eine Crack-Pfeife anzuzünden, daran zu ziehen, was passiert da? Also so einen Einstieg habe ich jetzt nicht erwartet. Wie sich das anfühlt. Es fühlt sich sehr schön an, leider. Und das ist das, was süchtig macht. Der erste Zug. Ich denke, man kann das so vielleicht vergleichen wie mit Heroin, sagt man ja auch, wenn man einmal gespritzt hat, dann jagt man ja die ganze Zeit immer wieder den ersten Schuss nach und erreicht ihn nicht. Genauso ist es beim Crack. Bei mir hat das natürlich angefangen, zuerst mit Kokain durch die Nase ziehen. Ich habe mit 17 angefangen. Ich war da mit ein paar älteren Jungs unterwegs. Warst du da in der Schweiz schon? Ja, ja. Also ich bin ja mit sieben in die Schweiz gekommen, 1987. Genau. Und das war in Kanton Zug. Ich war da in der dritten Realschule. Und dann bin ich von Kantonschweiz nach Zug. Und dann habe ich ein paar Jungs kennengelernt. Und die waren vier, fünf, sechs Jahre älter. Und das waren so die Gangster der Stadt. So ein paar Landsleute. Und bin halt mit denen abgehängt. Die haben mich auch so gerne gehabt. Und dann sind wir auch so mal in die Clubs reingegangen, in den Diskus. Und dann auf einmal kam der eine und hat gesagt, ey, kannst du das für uns halten? Und ich habe gesagt, was halten? Da hat man so einen ganzen Sack gegeben. Das waren über 50 Gramm Koks, alles Steine. Und dann kamen die immer wieder. Die haben in der Disco natürlich Koks verkauft. Und haben immer zu mir gekommen, gib mir zwei, gib mir fünf, gib mir drei, gib mir vier. Oder haben irgendwelche Leute zu mir geschickt. Und schon stand ich da als Dealer. Und da habe ich mich halt immer gefragt, hey, was ist das? Ich will das auch mal probieren. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher nie so Bock gross auf Drogen gehabt. Ich war mehr so alkoholsüchtig. Ich habe mit zwölf, dreizehn angefangen, Alkohol zu trinken. Und gekifft habe ich auch. Aber kiffen war nie so mein Ding. Ich habe immer, wenn ich gekifft habe, war ich müde. Und wir nannten diese Kiffer auch irgendwie so billige Junkies. Und war nicht so mein Ding. Und dann wollte ich das nehmen. Und der andere hat mir mehr Angst gemacht. Er hat gesagt, nee, nimm das nicht. Ich haue dir in die Fresse. Das darfst du nicht nehmen. Don't get high on your own supply. Ja, aber die haben sich nicht dran gehalten. Du auch nicht. Nein, sie sowieso nicht. Die haben sich voll die ganze Zeit was gegeben. Und dann sind wir mal, ja, immer wieder halt so, kamen dann auch Frauen natürlich ins Spiel und so. Und dann sind wir also in Hotels. Und dann ein paar Partys gemacht und so. Und dann stand halt auf dem Tisch. Die ganze Zeit war Schnee. Und ich wollte immer eine Line nehmen. So, weil mich das auch fasziniert hat. Und der eine, mein damaliger, sehr, sehr guter Freund, für heute auch noch, hat gesagt, nee, das darfst du nicht nehmen. Du kannst davon sterben und so. Und wir haben wirklich so Angst gemacht. Warum hat er die Angst gemacht, wenn er es selbst nimmt? Er wollte nicht, dass ich es von ihm nehme. Oder dass er derjenige ist, der mich da einführt. Er war auch älter. Hat ihm auch auf mich geschaut. Und einmal war er nicht da. Und dann war der andere da. Und noch ein paar andere. Und da waren noch ein paar süße Mädels dort. Und die haben alle genommen. Und dann hat er mich gefragt, hast du schon mal genommen? Ich so, ja, ja, klar. Ich habe auch schon mal genommen. Dann habe ich ihn angelogen. Dann hat er meine Line gegeben. Und dann habe ich so meine erste Line gezogen. Und habe dann auch Gefallen daran gefunden. Am Anfang macht das auch Spass. Weil ich war halt immer auch sehr redegewandt. Und wo ich dann das genommen habe, dann konnte ich noch besser reden. Ich hatte noch mehr Mut. Noch mehr Power. In den Discos ging ich auf Frauen zu. Ich konnte zwei gleichzeitig bearbeiten. Ich war einfach der Superman. Ich frage mich manchmal bis heute, ob wir uns das nur einbilden. Weil ich habe auch ganz kurz mal, so einen Sommer mit Kokain ein bisschen gespielt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte immer das Gefühl, ich bin der Krasseste auf OR. Das ist eine Ego-Droge. Das ist eine Ego-Droge. Aber am nächsten Tag habe ich mich dann immer so gefragt, was haben wir eigentlich gelabert? Also da frage ich mich manchmal, ist es nicht einfach nur eine krasse Selbstüberschätzung, die wir da in dem Moment auch erfahren? Schau, es ist halt am Anfang, also die ersten eineinhalb, zwei Jahre, sagen wir so eineinhalb Jahre, war es so, wie ich es dir erzählt habe. Das heißt, ich habe es auch nur am Wochenende genommen. Oder nur, wenn ich mit diesen Jungs zusammen war, habe ich es dann genommen. Und dann irgendwann mal, so nach einem Jahr, fängst du dann an, ja komm, unter der Woche. Also hast du es auch zum Arbeiten dann benutzt? Ja, ich habe damals auch, als ich als Kellner tätig war, ich habe ja die Kellnerausbildung gemacht, mit 18 war ich durch. Und dann habe ich auch zwei Jahre als Kellner gearbeitet und dann später als Callcenter-Agent. Und im Verkauf war es sehr gut. Im Verkauf war es sehr fördernd, auch Lines zu ziehen. Wolf of Wall Street, maybe. Das kam dann später. Und dann habe ich das so immer wieder genommen und so. Und dann war es natürlich am Anfang schön und alles. Aber die Jungs hatten keinen Tempo. Die haben da wirklich, wirklich sehr viel genommen. Und da habe ich natürlich mich an dem Tempo auch angepasst. Und dann kam so diese Paranoia. So, weil ich habe mich immer gefragt, der eine hat immer Auto gefahren, also ich habe sein Auto gefahren, und er hat immer geschaut, hinten schreibe ich das Kennzeichen auf. Der verfolgt uns schon seit längerem. Schreib dir den auf. Mach mal den. Schreib mal, wie der tanzt. Der schaut mich immer an. Geh und check ihn ab. Also er hat mir diese Paranoia automatisch auch in den Kopf reingetan. Und dann habe ich mich gefragt, ey, wie bescheuert sind die? Also ich gehe raus, ich geniesse es. Und die können es gar nicht genießen. Und dann kam das bei mir auch. Ja, es ist auf jeden Fall krass, dass du schon mit 13 überhaupt mit Alkohol angefangen hast. Und das ist jetzt auch ein bisschen so den Gap, den ich hier nochmal ganz kurz machen will, bevor wir dann vielleicht nochmal so ein bisschen in diese Zeit reingehen. Heute sitzen wir hier gerade in Stockholm. Du bist gerade aus Zürich eingeflogen für dieses Gespräch. Du bist Multiunternehmer. Du bist sauerfolgreich. Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ich finde, das, was du erreichst in dieser Zeit, in der ich dich kenne, das erreicht hast, finde ich schon sehr eindrücklich. Aber eben das, was du auch die letzten Jahre gemacht hast, das ist ja krass. Und den 287 Millionen Euro Umsatz, das ist ja schon nicht gerade so wie der Unternehmer, Unternehmer, der man in diesen Ads sieht, da der, hey, willst du auch dein Agenturbusiness jetzt hochskalieren, dann klicke jetzt hier. Ich zeige dir. Ich zeige dir, wie du. Also bei dir, dir kaufe ich es auf jeden Fall auch ab. Und deswegen finde ich es halt krass, oder wir haben so den Milan, der da irgendwann mal mit 13 auf Alkohol schon war. Und jetzt heute haben wir hier den Milan, der wirklich auch eben wegen einem Podcast einfach mal so, das finde ich eben auch krass, so diesen Millionaire-Mindset, den du so mitbringst. Ich habe das auch jetzt erst so die letzten Jahre so richtig verstanden, was normale Menschen von Multimillionären und sogar Milliardären unterscheidet. Und das ist einfach so dieses Denken. Wie denken diese Menschen? Und als ich am Burning Man war oder auch jetzt hier in Schweden und mit diesen Menschen abhänge, für die ist es wirklich nicht so möglich. Und für die ist es auch nicht so, hey, das kriegen wir in zwei Monaten hin, sondern wie kriegen wir es in zwei Stunden hin? Das ist so, die Stresstesten, alles, was wir als unmöglich achten, Stress testen diese Menschen und machen es vor meinen Augen manchmal möglich. Und ich denke so, wie haben die das jetzt möglich gemacht? Und das ist für mich einfach so faszinierend. Und ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Deswegen vielleicht nochmal jetzt hinten angefangen. Was war damals los, auch vielleicht in deinem Elternhaus, dass du überhaupt mit 13 an diese Substanzen gekommen bist, an Alkohol und das auch schon getrunken hast? Also was war da auch in dir los? Das würde mich mal interessieren. Eine sehr gute Frage. Ich bin in Serbien aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, das ist so circa 180 Kilometer südlich von Belgrad. Meine Eltern haben uns, also mich und meinen älteren Bruder, alleine gelassen bei unseren geliebten Großeltern und sind dann in die Schweiz, also zuerst nach Deutschland, dann in die Schweiz, um uns ein besseres Leben zu besorgen. Das war noch vor dem Krieg. Also der Krieg ist ja so 90, 91 ausgebrochen. Wir sind schon aber 6, 87 in die Schweiz gekommen. Unsere Eltern waren aber schon drei Jahre vorher, weil früher war es nicht so einfach, eine Babywilligung zu bekommen. Und ich denke, der Schmerz und das Trauma entstand schon, als die Eltern uns alleine gelassen haben. Du musst dir vorstellen, ich war vier, fünf Jahre alt und in dieser Zeit gab es keine Telefone, es gab kein WhatsApp, wir hatten nicht mehr Fernseher, wir hatten nichts, auch keine Briefe. Und auf einmal gehen die Eltern, sind einfach weg. Und ich hatte meine Großeltern, meine Grossmutter, meinen Grossvater als meine Eltern angeschaut. Und dann nach einem Jahr kommen die dann wieder und dann, ich bin deine Mama, ich bin dein Papa und dann ich so, okay, klar, freust dich so. Und dann nach zwei Wochen verschwinden sie wieder und kommen wieder nach einem Jahr. Und du hast aber in dieser Zeit nicht den Kontakt. Und das war für mich so wie ein Liebesentzug. Das habe ich auch später auch durch Psychedelika so auch erfahren, was ich da alles so gesammelt habe. Und ich war ein sehr schüchterner Junge und dann sind wir in die Schweiz und das war dann wieder so, also die Grosseltern waren dann ein und alles und dann wirst du weggerissen von dort und kommst dann in ein fremdes Land und wir sind in Davos gekommen, also Kurgebiet Davos, alles Berge und eine schöne Gegend dort, Davos Wolfgang. Also die Wolfgangsklinik, dort sind wir aufgewachsen und ja, du kannst kein Deutsch, nächst gehst du in die erste Klasse, ich muss dir die Klasse nochmal wiederholen. Wolfgangsklinik, also du bist, was war das genau? Es gibt Davos Dorf und Davos Platz so in Davos, ist unterteilt. Da gibt es die Wolfgangsklinik, die ist so circa elf oder zwölf Kilometer ausserhalb von Davos und das ist eine Klinik für krebskranke Kinder, die ist riesig, also sie ist auch sehr bekannt und meine Mutter hat dort in einem Hotel geputzt, mein Vater war in der Küche und wir hatten dort so die Unterkunft, das war so wie ein Kurgebiet. Es war, wenn ich jetzt so rückwirkend anschaue, wie ein Asylantenheim, also ich weiss noch, die ersten sieben, acht Monate lagen wir auf einem Bett, mein Vater, meine Mutter, ich und mein Bruder und das Zimmer war gefühlt wie dieser Podcastraum, also ganz klein und wir hatten einen gemeinsamen Raum, also das heisst, eine Toilette vor circa 20, 30 Leuten, eine Küche für all die Leute und es waren alles Tamilen und halt Landsleute und so bin ich dort aufgewachsen, also kein Luxus, kein Nix. Und wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, irgendwo hast du ja dann trotzdem diese Werte, die du heute erlebst, die müssten ja dann trotzdem irgendwo da noch durchgesickert sein, weil, also, ich höre immer wieder so von Leuten, die eben diese Erfolge durchmachen. Mich würde einfach mal so interessieren, wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, was haben dir dann deine Eltern dort vielleicht gesagt oder mitgegeben, was dich dann irgendwo auch geprägt hat? Nicht viel, meine Eltern waren Arbeiter, sie haben es nicht böse gemeint, aber sie haben natürlich lauter schlechte Glaubenssätze auf den Weg gegeben, Geld fällt nicht vom Bäumen, Leute, die ein teures Auto fahren, sind Kriminelle, so ein Klassiker. Mein Vater war sehr, sehr gewalttätig, also, die grössten Traumata entstanden dann, als wir in die Schweiz gekommen sind und dann musste ich live mit zusehen, wie unsere Mutter immer wieder verprügelt hat, das vor unseren Augen, hat sie gewürgt, hat sie geschlagen, hat sie angeschrien, denn uns Kinder hat er nicht sehr viel geschlagen, jedoch so psychisch bearbeitet, dass ich Starrungen hatte, dass ich hatte Sprachfehler, ich hatte so Zuckungen jahrelang mit den Augen, dann so mit dem Kinn hat die ganze Zeit immer gezittert, die Mutter hat uns auch, man hat mich immer zum Psychiater gebracht, er hat das aber nicht zugelassen, dass ich zum Psychiater gehe, er hat sie geschlagen dafür, weil das halt peinlich war, dass du dein Kind zum Psychiater schickst und also ich bin mit Gewalt, mit häuslicher Gewalt aufgewachsen und er war auch schizophrän und halt sehr, sehr, sehr jähzornig und sehr gewalttätig und ich hatte, es gab Zeiten, er hat mich auch immer Arschloch gesagt und so und nichts Nots und alles und ich dachte auch irgendwann mal, ich heiße Arschloch und deswegen hatte ich auch Ängste, musst du dir vorstellen, früher konntest du noch als Kind in den Kiosk gehen und Zigaretten kaufen, das war völlig normal, so und da hatte ich niemanden nach dem Ausweis gefragt, mein Vater hat immer dieselbe Marke geraucht, Marlboro Rot, dann gibt er mir da fünf Franken und sagt, geh und kauf mir Zigaretten und ich weiss halt klein auf, dass er Marlboro Rot raucht, aber vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, gehe ich zum Kiosk und sage Zigaretten und sie fragt mich, ja, welche Marke und ich fange an zu zittern und weiss nicht, welche Marke und dann gehe ich zurück und dann gibt es wieder Schläge und du nichts nutzt und kannst ja nicht mal merken und so, also so simple, banale Sachen habe ich vergessen und nicht gewusst und so bin ich halt aufgewachsen und deswegen war ich auch sehr zurückhaltend und ich habe auch nicht viel geredet und so ausgebrochen bin ich dann mit 13, 14, wo so die Pubertät kam und dann eben mit Alkohol heimlich Zigaretten geraucht, mit 16 durfte ich auch vom Vater rauchen und das war dann für ihn normal, also das war dann für ihn so, ey, mein Junge raucht Zigaretten, trinkt Alkohol, das war so. hattest du darüber dann irgendwie eine Connection mit ihm? Ja, ich sage mal so, er hat mir diese Männlichkeitsschiene weitergegeben, aber natürlich nicht auf die positive Art und Weise rückwirken, sondern er hat mir beigebracht, dass eine Frau nichts zu bedeuten hat, dass du ein Mann bist, dass du mehrere Frauen begehren kannst, dass du nicht bei einer stehen bleibst, dass du fremd gehen sollst, dass du, dass sie dich nicht beleidigen soll, dass sie dir ja nichts was sagt, wenn sie sagt, dann hau ihr eine. Also er hat mich so erzogen. Krass. Hat mich auch, kann mich erinnern, wo ich noch so sieben, acht war, es gab ja so ein Zerbing, auch so Stripclubs, hat er mich als kleinen Junge mitgenommen, auf den Tisch getan, hat die Halbnackte geholt, hat gesagt, fass sie an, mach das. Okay, okay. Und so hat er mich, es war für ihn in seiner Welt, war das halt Männlichkeit, es war cool, es war für ihn halt das Grösste, seinen Jungen so was zu zeigen, beizubringen. Was mich noch interessieren würde, weil ich habe auch, also ich muss sagen, das, was du jetzt gerade sagst, das macht gerade was mit mir, weil ich auch, nicht in dieser Intensität, aber ich habe auch durch meinen Vater, durch die polnische Erziehung, schon einige Sachen auch so erlebt, wo ich im Nachhinein so realisiert habe, das war wahrscheinlich bei den meisten nicht so. Also auch die Sachen, die du, du kennst ja meinen Vater auch. Ja, ja, geiler Typ, an dieser Stelle. Geiler Papa. Und was ich so spannend finde, weil du auch in einem Quote-on-Quote Gewalt, also du bist ja wirklich in einem gewalttätigen Haushalt aufgewachsen, und ich würde sagen, bei mir war es auch so, dass ich geschlagen wurde, aber jetzt nicht irgendwie so regelmäßig, sondern wirklich nur so, wenn es halt irgendwie, wenn, also... Verzient hast. Ja, oder wenn er halt wirklich, wenn ich was gemacht habe, was er halt, was ihn zum Ausrasten gebracht hat und auch bei meiner Mutter war es so, dass sie dann ab und zu den Teppichklopfer geholt hat und dann wusste ich, ich bin in großen Schwierigkeiten. Und was mich interessieren würde persönlich jetzt, weil ich kann mich erinnern, bei meiner Mutter war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann so, als ich aus den Sommerferien zurückgekommen bin, im Alter von 13 oder so, war das wahrscheinlich 13, 12, 13, da habe ich mir vorgenommen, dass wenn meine Mutter wieder versucht, mich zu schlagen, dass ich sozusagen ihr zeigen werde, so nein. Und genau so war es dann auch. Es ist dann so gekommen und wollte mich so, so wie sagt man, Männlichkeit. Also ich wollte mich einfach so, und dann nicht so, nein. Und dann hat sie gezuckt und gemerkt so, jetzt ist Schluss so, jetzt bin ich stärker als du, jetzt bin ich grösser als du, weißt du. Und mit meinem Vater hat es das nie direkt gegeben, diesen Moment, aber ich kann mich auch erinnern an diesen Moment, wo ich einfach so wusste, er wird nie wieder in der Lage sein, mich anzumassen. Gut, aber er ist auch ein Tier. Ja, er ist auch ein Tier. Aber hattest du das auch so einen Moment, wo du so wusstest, oder wo du deinem Vater auch so signalisiert hast, so Amigo, und jetzt ist Schluss. Mein Bruder ist drei Jahre älter, das heisst, wo ich so 16 war, war er 19, dann hat er auch wieder die Mutter angegriffen, sie verprügelten, dann sind wir dazwischen gegangen und haben mir auch zum Verstehen gegeben, Alter, noch einmal und wir schlachten dich ab. Ja. Haben noch so ein Messer genommen und so, und dann hat das schon geschnallt. Und er hat es dann nicht, er hat sie nicht mehr geschlagen, aber halt diese Gewaltausbrüche, die Fluchwörter, die machen uns in solche Sachen viel schlimmer als Schläge. Das stimmt. Also hatten wir eigentlich nie aufgegeben und meine Mutter hat alles erlitten, uns zuliebe, weil meine Mutter ist auch ohne Mutter, ohne Vater fast aufgewachsen, mit 13 hat sie die volle Verantwortung bekommen über zwei jüngere Brüder, das musst du dir mal vorstellen, alkoholkranker Vater, also mein Grossvater, der nur gesoffen hat und gezockt hat und sie mit 13 musste sich um zwei jüngere Brüder kümmern, im Stall die Tiere füttern. Ja Mann, das ist viel. Ja, und sie hat auch mit 20 Jahren die erste Puppe sich gekauft. Sie hatte keine Kindheit gehabt und sie wollte uns alles geben. Deswegen hat sie alles für uns, sorry, sie hat alles erlitten und durchlitten. und sie hat gesagt, solange du nicht und dein Bruder nicht auf eigenen Füßen stehen, werde ich ihn nicht verlassen. Und wo ich dann geheiratet habe, hat sie sich nach sieben Tagen scheiden lassen. Direkt? Ja. Und wie war das für deinen Vater? Hat gedroht, alles Mögliche, aber war gar nicht gut. Aber es war das Beste. Und sie wollte eigentlich, das Krasse ist, sie wollte uns schützen und so, eigentlich hätte sie es vorher gemacht, hätte ich mir tausende Traumat. Das ist ersparend. Ja, ja. Im Nachhinein weiss sie das auch. Nur im Nachhinein, weißt du, früher war das nicht so einfach, dass du einfach weggehst und den Mann verlässt. Warum auch nicht in Serben und so. Du kannst auch nicht zurück zu deinen Eltern und so und sagen die, hey, du bist Frau. Die Schnauze geht zurück und so. Das sind andere Welten. Ja. Und deine Welt, deine Realität, hat dir das dann eben auch maßgeblich geprägt? Ich bin dann durch diesen Alkoholkonsum als Jugendlicher, bin ich dann ausgebrochen und dann sind wir, das war so, also 91, 92, sind wir dann nach Kantonschwyz gezogen, also in der Schweiz, weg von Davos und dann bin ich in einer Blockgegend aufgewachsen und das waren dann die 90er Jahre. Das war der Jugoslawienkrieg, also als Jugoslawien angefangen hat und da sind all die Flüchtlinge gekommen, Kroaten, Bosnier, Albaner, Serben und dann haben wir, also dann fing alles an. Da haben wir uns nur noch geprügelt, dann kamen die Gewaltschlägereien untereinander, gegeneinander, sinnlose Prügeleien und irgendwann mal so mit 15, 16 wurde das zu langweilig und dann haben die Einbrüche angefangen, also Drogenkonsum, dann Kokain mit 17, Crack mit 18 und dann kam so meine kriminelle Zeit. Ich war nie ein guter Schüler, ich habe immer Glück gehabt, dass man mich also Kanton gewechselt hat, sonst hätten wir mich immer rausgeschmissen. Ich glaube im zweiten und dritten Lehrjahr aus Mathe hat man mich rausgeschmissen, Geometrie, Geografie, Italienisch, ich war wie ein Geist auf dem Schulplatz, bin nur herumgelaufen, weil ich nie, nirgends rein konnte. Also man hat dich rausgeworfen, weil du nicht, weil du einfach Scheisse gebaut hast? Immer nur, ich habe zum Beispiel den Franzlehrer habe ich auf Französisch herausgefunden, wie es heisst, ich bin schwul, da habe ich ihm das auf dem Rücken geklebt. Okay, so, so, ja. Den Turnlehrer habe ich geschlagen, das war auch ein Skandal, da musste ich, ja, mit Polizei und alles und so. Und ich wurde auch, mit 15 war das erste Mal, als ich dann mit der Justiz zu tun hatte und dann war ich dann dauernd auf Bewährungen, immer wieder. Ja. So, immer wieder auf Bewährungen und mit 16 war ich ja in der Realschule und da habe ich eben diesen Lehrer geschlagen und dann war nur noch vier Monate bis zum Beenden des dritten Realschule. Und dann kamen meine Bewährungshelfer, mein Vater, meine Mutter, alle da und dann, die hat wirklich, meine Mutter hat immer geweint von allen und so, also nicht gespielt, sondern sie hat gesagt, er ist arme Junge, Vater schlagen in das und so. Die hatten immer Mitleid und dann hat die Bewährungshelfer mir eine Chance gegeben und hat gesagt, schau, aber du musst jetzt bis August eine Lehrstelle finden, weil wenn du keine Lehrstelle findest, drei Jahre Jugendknast. Zwei Kumpels von mir gingen in den Jugendknast und so wurde ich Kellner. Okay. Ja. Das war auch witzig. Wie viele Bewährungen hast du rausgeschickt? Gar keine. Ja. Schau, das war, sie hat gesagt, du musst was finden, aber ich habe gesagt, ja, aber was? Ich weiss doch, ich habe keine Ahnung, was ich werden will. Und dann hat sie mich zu einem Berufsberater geschickt, das war so ein älterer Herr und da war so ein Tisch, da hat er gesagt, dreh dich um, und ich werde so Karten auf den Tisch legen, so die grossen Karten und ich gebe dir eine Minute Zeit und in einer Minute tust du einfach die Bilder nehmen, die dich ansprechen. Und dann habe ich jung gedreht, zack, und dann habe ich halt überall all die Bilder genommen, so schöne Autos, Klamotten, visuell Sachen, die mich angezogen haben. Hinter jeder Karte war auch so eine Kodierung, dann hat er das eingegeben und dann kam heraus, er hat schon dort gesagt, ich wäre gut eigentlich so für Management, für Unternehmertum, für Sales Management, solche Sachen, dann hat er aber gesagt, ja, aber schau, du bist ein Jugo, also wirklich so ein Jugo mit Itch am Rücken, vorgestraft, und die schlechtesten Realschulnoten, also du kannst nur davon träumen. Und da habe ich gesagt, ja, aber geh mir irgendwas, was soll ich gehen? Und dann sagt er, du kannst als Servicefachangestellter gehen. Servicefachangestellter? Und ich habe in dem Moment gedacht, boah, Alter, das ist eine Bankangestellter. Und ich so, was ist denn das? Sagt er, ja, Kellner. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, okay. Und es gab ein einziges Top-Hotel im Zug, ich bin da hingegangen, fünf Tage schnuppern, waren fünf Sekundarschüler vor mir und er hat mich genommen. Weil ich war halt immer sympathisch, ich habe immer gelacht, ich habe immer gut ausgeschaut, ich habe das geliebt. Und da ging es natürlich noch entweder Knast oder Freiheit. Und so wurde ich Kellner. Und wie würdest du sagen, heute hast du die Zeit genossen? Weil ich würde zum Beispiel ganz spontan sagen, dass Kellner ein sehr guter Einstieg ist ins Berufsleben, weil du da lernst, Menschen zu lesen, nicht nur zu lesen, sondern auch für Menschen was zu tun. Also ich finde zum Beispiel Verkäufer, Kellner, das sind oft Leute, die es wirklich weit bringen, weil sie einfach zwei, drei Jahre trainiert werden, Menschen sozusagen ihre Bedürfnisse zu erfüllen und zu verstehen, was das eigentlich ist. Das ist ja eigentlich die direkteste Form auch von Wertschätzung. Ich habe den Job geliebt, Michel. Also ich habe auch das Trinkgeld geliebt. Achso, genau. Wir haben wirklich sehr, jeden Tag volle Taschen. Ich war damals auch spielsüchtig, so mit 16, 17 Spielsalons und dann hast du, morgen kommst du hin mit fünf oder zehn Franken im Sack, arbeitest den ganzen Tag und Nacht und hast wieder 200, 300 Trinkgeld. Also ich habe das Gehalt gar nicht gebraucht, du hast nur vom Trinkgeld gelebt und ich habe so geliebt mit den Menschen zu flirten, zu reden und sie zu verwöhnen. Das war, ich wollte gar nichts anderes. Das war für mich wow. Und dann kam noch meine Mutter, hey siehst du, du hast eine Krawatte an, du bist ein gemachter Mann, hör nicht auf deine Kumpels, egal wer kommt und dir irgendwie das schnelle Geld verspricht, hör nicht auf die, sondern bleib Kellner, das ist sauber, das ist schön, das ist gut. Wieder die Glaubenssätze. Und wie genau hast du das jetzt ausbalanciert mit dem ganzen Drohnenkonsum? Also Crack gab es dann nur am Wochenende oder? Es fing an mit Wochenende und dann jeden Tag. Also ich habe ja bis 18 war ich ja Kellner, ich habe fast täglich auch Cracker, auch ohne Witz. Ich bin dann, es gab Zeiten, ich bin ins Restaurant und dann bin ich umgefallen, ohnmächtig, weil, bis 5, 6 Uhr morgens gezogen und dann kannst du kaum schlafen, um 11 Uhr bist du dort und da habe ich noch ein bisschen mit Koks gepusht, so an die Toilette, aber irgendwann ging es nicht, dann bin ich umgefallen, das gibt es mir zweimal passiert, aber die haben es nicht geschnallt, ich habe gesagt, ja, junger Mann, Ausgang, zu viel gesoffen und habe dann ein bisschen immer so geschummelt. Und ich habe ja vorhin, was wir ja noch geredet haben im Rest, habe ich ja gesagt, dass Veränderungen immer dann passiert, wenn der Schmerz, sich nicht zu verändern, grösser ist, als der Schmerz, sich zu verändern. Genau. Deswegen, was war dieser Moment bei dir? Vielleicht, man kann das Ganze noch zurückkommen, du hast gefragt, wie schmeckt der erste Zug? Crack, hast du mich ja am Anfang gefragt. Ja. Also Crack wird ja aufgekocht, ich kann keine Werbung machen, aber es wird ja aufgekocht mit Armaniaco, der Carbonat und dann entsteht wirklich nur der Stein, also die Reinheit von Kokain und das tut man dann die Pfeife, einfach der Crack-Pfeife oder wir haben immer Plastikflaschen genommen, Löcher drein gemacht, Kugelschreiber rein, Folie oben drauf und dann ziehst du und wenn du dann so ziehst und nur schon hältst, das ist wie beim Buffo, innerhalb von Sekunden macht es dann, so als hättest du, keine Ahnung, zehn Lines auf einmal genommen und das stimuliert deinen ganzen Kopf und diese Wärme und dann legst du dich hinten zurück und dann bist du in so einer liebevollen Wärme, also das ist wirklich Geborgenheit und deswegen macht das auch so schwer süchtig und du bekommst aber nie genug, das ist eben das Problem. Du kannst Gräume, ein Gramm nach dem anderen, weißt du, reinziehen, wir waren immer zu dritt, zu viert, ab nach Langstrasse, zehn Gramm gekauft, wieder zurück nach Zug, drei Stunden später, wieder Langstrasse, wieder zurück, wieder, und irgendwann mal kannst du das auch nicht finanzieren, dann bist du noch kriminell und ich sass fast zwei Jahre im Gefängnis, nicht am Stück, aber von so von 18 bis 2023 war ich immer wieder in Gefängnisse, immer wieder in Gefängnisse, das längste waren sechs, sieben Monate. Wegen Drohung, Besitz oder Einbrüchen? Einbrüche, sehr viele Einbrüche, Diebstähle, Schlägereien, Kreditkartenbetrug, Umlauf bringen, Falschgeld, halt alles gemacht. Und das war, wenn ich so rückblicke, das war alles wirklich über diese Teufelsdroge. Wegen dieser Teufelsdroge? Ja, weil du bekommst nie genug. Und jetzt nochmal, wo war dieser Punkt, wo du… Die Wendor. Ja, die Gottesgnade. Ja, da gab es mehrere. Ich sage mal so, wie ich vom Crack weggekommen bin, das war, du kennst ja die Langstrasse. Ja. Wir haben dort Einbrüche gemacht, dann sind wir im Hotel, Regina, haben wir zwei, drei Monate im Voraus gemietet, bezahlt und dann dort bis zu 50 Gramm geraucht mit zwei, drei Prostituierten und Freunden und so und dann irgendwann mal, weißt du, so beim Liegen, auf einmal sehe ich, ich sehe den Stuhl, wie er sich so hebt und dreht. Da habe ich so Angst bekommen und dann sehe ich den Kumpel, ich will den Namen nicht nennen, sehe ich ihn so auf dem Boden kriechen mit Hörnern und so Ich bin dort aufgestanden und ich sehe es immer noch. Ja, das gibt es noch nicht. Das ist Satan. Ja. Und dann habe ich schon dort gewusst, boah, das gibt es nicht. Und dann später, danach kam ich im Knast und das war Winter und dann bin ich auch so gelegen in der Zelle, da war auch so ein Landsmann und dann auf einmal, ich habe gezittert, gezittert, gezittert und dann sehe ich, wie durch die Gitter wirklich die Fratze vom Teufel kommt, so wie man es kennt, so kommt es rein, so ich habe mir in die Hosen geschissen und dann war dort ein Psychologe, ein Psychiater in der Anstalt und dann habe ich ihm das erzählt und sagte, ja, das ist die Droge und so und dann habe ich gewusst, ich will das nicht mehr. Das war auch eine Zeit, als ich war schon verheiratet und dann habe ich auch, meine Frau hat das lange nicht gewusst, meinen Konsum, also ich habe versteckt gekokst, zu Hause, mit den Kindern, überall alles und habe das immer versteckt, weil es hat sich so daran gewöhnt, wenn ich nüchtern war, hat sie gedacht, dass ich etwas nehme. Wenn ich auf Koks war, dachte ich, ich bin normal. Also es ist wirklich nicht lustig, aber vielleicht kurz ein Abstecher in eine Frage, das Thema Gewissen kommt da bei mir immer wieder hoch, weil ich habe für mich herausgefunden, mittlerweile, dass die moralische Intelligenz, wenn man so will, sich entwickeln kann bei jedem Menschen und wenn ich jetzt zum Beispiel so zurückgucke, ich habe zum Beispiel damals meine erste Freundin habe ich betrogen und habe gedacht, solange sie es nicht weiß, macht sie es nicht heiß und es hat mich nicht irgendwie, ich habe mich nicht schuldig gefühlt. Erst als ich dann im Alter von 24 das nochmal gemacht habe, habe ich die Schuld richtig krass gespürt. Also so, dass ich auch wirklich nicht schlafen konnte und mich wirklich schlecht gefühlt habe und dann wirklich auch jahrelang das für mich behalten habe und das irgendwie irgendwo immer noch gewirkt hat, bis ich dann auch mit Ayahuasca irgendwann den Moment der Wahrheit gesehen habe, wo ich wusste, das werde ich nie wieder tun. Mich würde einfach interessieren, wie war das damals für dich in Bezug auf dein Gewissen? Ja, früher haben wir immer gesagt, Gewissen drauf geschissen, aber ich bin von klein auf von meiner Mutter mit Jesus gross geworden. meine Mutter ist sehr gläubig, wir sind Serbien, wir sind auch christlich, orthodox und ich hatte immer wieder schlechtes Gewissen bei den Einbrüchen, bei Drogen, bei den Schlägereien, die Menschen, die ich verletzt habe und habe immer gewusst, hey, da schaut jemand auf mich hoch und bestraft mich. Also, das war die ganze Zeit bei mir, immer wieder. Und das hat mich vielleicht aber auch, hat mir auch geholfen im Leben, muss ich wirklich auch ehrlich sagen, dass ich durch diese Angst von Gott, von Jesus, bestraft zu werden und alles, hat mich das auch ruhiger gemacht. Und auf jeden Fall, also ich habe mit Crack aufgehört, weil ich selbst Angst bekommen habe und Sachen gesehen habe, wo ich gesagt habe, nie wieder. Und dann die Kumpels, wo ich gesehen habe, so einer wurde auch abgestochen, der andere ging dann rüber auf Heroin, da habe ich gesagt, oh fuck, nein, das ist nichts für mich. Hast du nie probiert? Heroin habe ich probiert zu rauchen, aber nicht zu spritzen. Wir haben es gestimpt und geraucht, aber ich habe gekotzt, erbrochen, also hat mich gar nicht geflasht, Gott sei Dank. Und dann, also eigentlich die grösste Droge in meinem Leben war Alkohol, weil immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich Lust bekommen auf Koks. Das war eine Never-Ending-Spirale. Und ich habe nach Lösungen gesucht, weisst du mich schon, ich wollte immer, und ich dachte immer, wenn ich reich werde und wenn ich viel Geld verdiene, dann hört das alles auf. Weil ich habe damals nicht gewusst, was Traumat das und das ganze Ding. Und ich habe dann aufgehört als Kellner, ich wurde abgeworben im Telesales und habe dann dort gemerkt, buh, das ist, das beherrsche ich wie kein anderer. Ich kann verkaufen. Und dann bin ich halt die Karriereleiter hochgegangen, ich wurde immer wieder abgeworben, bin aber für ein Kapitalsuchende Unternehmen, Investoren gesucht und vermittelt. Dann 8K verdient, dann vorbörsliche Aktien, das war dann wie Wolf auf Wall Street. Da durften wir sogar am Tisch sniffen, da kam sogar der Chef und hat es uns gegeben. Wirklich? Ja, ja, mit Prostituierten, mit Not, alles mögliche. Und da habe ich dann so 20, 30K verdient pro Monat und dann aber auch so ausgegeben. Für Drogen und Noten? Ja, für alles. Also ich habe auch schon mal einen Puff gemietet und da haben wir Party gemacht. Dumme Sachen, ja. Also das war es noch bevor ich verheiratet war, dann wo die Kinder kamen und alles war ich ruhiger, aber ich habe immer Alkohol, Alkohol und ich wurde dann auch erfolgreich. Ich habe die ersten zwei Selbstständigkeiten gingen in die Hose, also ich habe zweimal einen Fehltritt gehabt, wollte eigentlich nie selbstständig danach werden. Was hast du versucht? Ich habe das allererste Mal war, da kam so ein Kumpel, den habe ich lange nicht gesehen und dann war er so humpelnd, weisst du? Dann habe ich gesagt, Givi, komm mal hoch, trink mal ein Schliwo und ein Bierchen. Ich so, was machst du da? Das war vor, keine Ahnung, 22 Jahren oder 24 Jahren und dann sagt er, ja, ich arbeite bei einem Personalvermittlungsbüro, also temporär Büro. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Dann sage ich, was ist das? Sagt er, ja, ich arbeite auf der Baustelle als Maler und die zahlen mir 28 die Stunde und kassieren 55. Da habe ich gesagt, aber ist das legal? Hat er gesagt, ja, das ist ja wie Menschenhandel. Er sagt, ja, aber es ist legal. Und dann war bei mir so, okay, das ist ja nicht schwierig, können wir auch machen. Und dann habe ich mich dort selbstständig gemacht, aber ohne Vorbereitung, ohne nichts. Ich habe einfach im Handelsregister, also musst du dir vorstellen, ich hatte keine Homepage, kein Branding, kein Name, kein nichts, keine Visitenkarte. Und ich habe immer von drei Monaten 25 Leute beschäftigt, so zu Hause, aus einer Dreieinhalbzimmerwohnung. Ich bin auch zum Handelsregister, weil er gesagt hat, du musst eine Einzelfirma eintragen und ich gehe dorthin. Ich habe gewusst, 500 für die Gründung und dann stehe ich dort und dann sagt sie, ja, wie soll denn der Name heissen? Und ich so, können Sie Englisch? Sie so, ja, ich so, wie heisst, Akkordarbeit auf Englisch, hat sie gesagt, Taskwork. Ich habe gesagt, Taskwork Miliz. Und so habe ich die Firma eröffnet und einen Anruf nach dem anderen gemacht, 25 Leute beschäftigt und dann kam der Brief vom Amt für Wirtschaft und Arbeit und dann standen Auflagen, mindestens fünf Jahre Erfahrung auf dem Beruf und dann Hochschulabschluss, Keller. Krass. Strafvergisterauszug, meiner war vier Seiten voll und 250.000 als Depot hinterlegen. Das heisst, du darfst nicht auf dieses Geld zugreifen zum Schutz der Mitarbeiter. Dann war es vorbei. Herzlichen. Und dann bin ich wieder im Sales und dann wieder nach eineinhalb, zwei Jahren habe ich dann versucht mit Burger, also so ein Burger-Inbissstände aufzubauen. Das hat auch so sechs, sieben Monate funktioniert, aber die guten Standorte habe ich nicht bekommen. So. Aber ich habe dennoch gut verdient, weil nebst Burgern habe ich ja noch was anderes dazu verkauft. Okay, also hast du noch so... Ich habe gedealt, ja. Über die Burger-Lehrung. Ja, ja. Und war das beabsichtigt von Anfang an oder war das dann so... Das hat sich so ergeben, der eine war neben einer Jogodisco. Ja. So. Und die kamen dann raus in zwei, drei Uhr morgens alle stockbesoffen und haben gegessen, gegessen und dann habe ich gewusst, okay, in der Disco, weil jeder hat mich angequatscht, verkauft einen Burger und sagt, hey, hast du was? Aha. Angebot und Nachfrage, Bro. Ich war schon immer Unternehmer. So. Und dann habe ich das, das gemacht und so und das ging dann auch in die Brüche. Und dann wollte ich eigentlich nicht mehr selbstständig werden und bin ich wieder im Sales und dann habe ich wirklich konstant fast drei Jahre lang so zwölf, dreizehn, aber im Schnitt 15k verdient. 15k ist nicht wenig. Damals noch viel mehr als heute. Oh, und meine Frau hat 6k verdient. Wir haben 21. Wir haben gereist, wir haben ein schönes Auto gehabt, schöne Wohnung gehabt, Geld gespart für ein Eigenheim. Kinder. Kinder, dann kam das zweite Kind und dann beim zweiten Kind, dort habe ich dann, ich habe dreimal keine Anerkennung bekommen aus meiner Sicht vom damaligen Chef. Er wollte mir keine Nachfolgeprovision geben, obwohl ich mich um die Kündigung kümmert habe. Dann wollte er mir auch keine Provision an die anderen Verkäufer geben, obwohl ich alle eingestellt habe. Und dann on top hat er mich vor allem bloßgestellt, indem er mir gesagt hat, ja Milan, wenn es so einfach wäre, weißt du, dann würde es jeder machen, aber du kannst nicht unternehmen, oder so. So hat er es mir gesagt. Dann habe ich gesagt, Bitschgatim, da hat er eine Nachschinonen. Verstehst du, das hat meistens bei meinem Stolz ich so, boah, dir zeige ich es. Das war, ja viel aufs Stolz gemacht. Viel aufs Stolz. Es ist eine sehr starke, powervolle Energie. Das ist das, was ich auch mal in einem YouTube-Video gesagt habe. Die ganzen Live-Coaches heute und die ganzen Leute, die irgendwie ein bisschen weiter sind, die sagen so, ja, mach es nur für dich, mach es nicht fürs Geld, mach es nicht für andere. So, ich so, hey, das war der geilste Antrieb, es den anderen zu beweisen. Nimm das diesen jungen Menschen nicht weg. Natürlich, irgendwann musst du es auch für dich machen. Erkennen und mal aufhören. Erkennen, aber bevor du was loslassen kannst, musst du es mal gehabt haben. Bei mir war es der Stolz und, dass ich es meinem Vater beweisen wollte, weil er mich die ganze Zeit unterdrückt hat und gesagt hat, du nichts nutzt, aus dir wird nichts. Ich wollte ja mit 14, 15, meine Mutter hat mich als Schauspieler angemeldet, bei Schweizer Fernsehen, die haben mich auch genommen für eine Gastrolle und haben mir dann einen Brief geschickt, dass sie mich gerne fördern würden, jedoch muss ich die Schauspieler-Schule da besuchen. Und dann habe ich den Preis, keine Ahnung, das waren so für drei Jahre irgendwie 20k und da hat der Vater gesagt, da kaufe ich mir ein Auto, du Hurensohn, aus dir wird eh nichts. Weißt du so, und ich habe die ganze Zeit die Power, die ich gebracht habe, all diese Firmen, wo ich aufgebracht habe, 16 Stunden am Tag gearbeitet. Alles im Nachhinein, war mir natürlich in dieser Zeit nicht bewusst, habe ich gemacht, um es ihm zu beweisen und zu beweisen, dass ich zehnmal stärker bin als er und dass ich es drauf habe und natürlich auch der ganze Stolz. Ist es heute nicht mehr so? Heute ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Ich bin aber froh, dass es damals so war, weil manchmal frage ich mich so, was, wenn ich Vaterliebe gehabt hätte, was wäre aus mir geworden? Lustig ist auch, ich habe ja einen sehr guten Anwalt, ich habe auch einen, der verdient, also der stellt mir Tausender die Stunde. Ich nenne ihn auch die 100%ige Abschlussquote. So, das ist der Sniper, den ich nur nehme, wenn ich wirklich gewinnen will. und der ist so ein sehr gebildeter Typ, er war auch ehemaliger Richter und er hat gesagt, Junge, schau, du kannst froh und dankbar sein, dass deine Mutter eine Putzfrau war und dein Vater ein Lastwagenchauffeur. Und ich so, warum? Er sagt, er stellt dir vor, sie wäre eine Lehrerin gewesen, mein Vater war ein anerkannter Arzt, dann wärst du irgendwas in der Mitte geworden, aber würdest niemals das verdienen, was du heute verdienst. Und da hat er schon recht. Und zurückwirken, weißt du, natürlich durch das ganze Mindset, komme ich ja später, und meine Veränderung durch Psychedelika, bin ich so dankbar, dass ich so einen Vater gehabt habe. Ich bin ihm, er ist leider vor, bei Corona, so vor dreieinhalb Jahren ist er gestorben und ich bin für alles dankbar, für jeden Schmerz, den er zugefügt hat, für jedes Leid, für alles, was passiert ist, weil das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Kam diese Vergebung durch Ayahuasca oder hast du das vorher schon? Nee, vorher habe ich das nicht gehabt. Ich konnte mit ihm auch kurz vor seinem Tod auch nicht reden, weil er war medikamentensüchtig, er hat einen ganzen Rucksack voller mit Oxanax, Antidepressiva für morgens, Antidepressiva zum Mittag, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ich dachte, es gibt ein Antidepressiva, anscheinend gibt es für jede Stimmungslage einen Antidepressiva, weil er sich selbst nicht mehr aushalten konnte. Und wenn ich dann zu ihm, mein Bruder hat ihn schon lange abgeschrieben, meine Mutter hat nicht mehr, und ich bin immer wieder zu ihm hingegangen, er hat ja die Schweiz dann verlassen, Pensionsalter, und ist nach Serbien, aber du konntest ihn nicht greifen, was er steht so und wir reden was und dann kommt gleich deine Mutter, du bist so, gib mir Geld, gib mir Geld, er wollte immer nur Geld, 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 und hat mich dann meine Frau verletzt mit Worten und alles mögliche und dann habe ich mich distanziert, also das ist im Sinne von, ich habe schon ab und zu das Telefon abgenommen, aber nicht mehr die Nähe gesucht und auch, sag mal, dort war ich jetzt noch nicht auf dem Level, wo ich jetzt bin, aber ich war schon auf einem Level, aber auch das hat nichts gebracht, weil wenn du mit einem Menschen, der so vergift, du kannst nicht mit ihm reden, das prallst du durch. Ich weiss genau, was du meinst, ich finde es auch sehr schwer, manchmal auch mit gewissen, ich will nicht mal das Wort Alpha-Männer sagen, aber so diese, also da kann man wirklich toxisch-maskulin sagen, glaube ich, da zählt es wirklich. Total. Ja, also dieses wirklich so stark Traumatisierte, dass man vergessen hat, dass man diesen weichen Kern überhaupt noch hat, oder das ist, also es ist so automatisiert, der Abwehrmodus, da ist so viel Kampf im jungen Alter schon entstanden, dass man gar nicht mehr weiss, wie es sich anfühlt, weich, entspannt zu sein, das ist immer so eine gewisse Grundspannung da, und bei diesen Leuten habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit denen spreche, dass ich die nie kennenlernen werde, wer das wirklich ist. Also du meinst, zum Beispiel mit meinem Vater, oder wie? Ja, also mit meinem Vater würde ich sagen, haben wir auch, durch Mushrooms vor allem auch, habe ich so kleinere Aspekte von ihm immer besser gesehen. Also mein Vater hat auch eine sehr weiche Seite, das weiss er, glaube ich, auch selbst, weil seine Mutter war auch extrem liebevoll. Also ich würde sogar sagen, dass wenn ich jetzt so zurückdenke, so die Umarmungen, die ich damals von meiner Grossmutter gekriegt habe, das waren so die, da habe ich so richtig Liebe gespürt. Also das war wirklich so eine Wow. So eine, und deswegen glaube ich schon, dass sie, genau wie ich auch, ich habe ja auch diesen harten, dieser harte Schale, aber ich spüre halt auch diesen weichen Kern in mir und ich sehe das an meinem Vater auch, wenn er zum Beispiel Musik hört und tanzt oder sogar manchmal singt, weißt du, und dann merke ich so, oh wow, schau mal, er hat den Zugriff noch. Und ich glaube, solange du diesen Zugriff noch hast und zumindest so ein gewisses Bewusstsein hast, dass du, dass du dich halt gerade in dieser Abwehrhaltung befindest, kannst du zumindest noch was tun. Aber ich glaube, es gibt eben auch Leute, bei denen ist dieser Point of no return erreicht und zwar schon im frühen Alter, weil diese Synapsen oder was das auch immer war, also diese Empathie gar nicht wachsen konnte. Was schon so, als wäre es biologisch nicht vorhanden im Hirn, weisst du, was ich meine? Ich verstehe dich ganz genau, Michel, und bei mir war, Ayahuasca hat mir sowas von geholfen, weil, erstens mal habe ich, ein Jahr bevor mein Vater gestorben ist, das war in Portugal, habe ich eine Zeremonie, das war eine so meiner ersten Zeremonien, die ich organisiert habe, habe ich so 14 Personen gehabt, eine siebentägige, vier Nächte, von Yawana war es. Und dann habe ich gesehen, in der dritten Nacht, dass mein Vater stirbt und ich habe gesehen, wie er stirbt, am ersticken. Und da hat die Medizin mit mir gesprochen, hat mir gesagt, das ist das Beste, das Beste, was ihm passieren kann, weil er befreit sich. Er war schon tot, verstehst du? Er war in so einem Wahn und alles und so und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe danach auch mit meinem Bruder gesprochen, ein paar Leute, klar, die konnten das nicht greifen, aber was ich damit sagen möchte ist, wo er dann gestorben ist, ist mir das so einfach gefallen. Natürlich habe ich gewonnen, natürlich hat mein Vater nicht den Tod gewünscht, aber es war für mich so, ich habe mich gefreut für ihn, dass er gestorben ist. Ich habe mich gefreut, weil ihm das gut getan hat, weil ich gesehen habe, wie er leidet und dass das für ihn die beste und einzige Lösung war. Und später dann, wo er gestorben ist, habe ich dann mehrere Zeremonien noch gehabt und ich habe immer wieder, ist er gekommen und ich habe so schön Abschied nehmen können, wie noch nie. Und das, was auch faszinierend war, durch all die Jahre habe ich auch einen Hass ihm gegenüber aufgebaut, weil alles, was er meiner Mutter angetan hat, nicht wegen mir, sondern was er ihr angetan hat und meinem Bruder und so. Und ich habe so einen Hass gehabt und ich habe immer nur die schlechten Sachen von ihm in Erinnerung gehabt. Nur das Schlechteste. Ich konnte mich nicht erinnern an irgendwelche positiven Sachen. Und dann bei diesen Zeremonien, weißt du, da liege ich so meist in der letzten Nacht und dann habe ich gesehen, wie er mich in den Armen gehalten hat, wie er mir mit sechs, sieben Jahren Weisheiten auf den Weg gegeben hat, die auch wirklich, ja, weil dann kam es jetzt, stimmt. Eben doch. Und wie er mit mir Fussball gespielt hat und er hat mir das Boxen beigebracht, er war Boxer und da hat er mir immer wieder auch wirklich gute Sachen fürs Leben gegeben, also wirklich gute Weisheiten auch, mit was für Menschen, dass ich verkehren soll. Auch zum Beispiel, wo der ganze Balkankrieg ausgebrochen ist und ich war jung und ich sagte, Papa, das sind jetzt Albaner, die sagen, wir Serben sind schlecht, die Kroaten sagen, die Bosnier sind schlecht, die Bosnier sagen, die Kroaten. Und ich habe gesagt, wer ist gut, wer ist schlecht? Da hat er mich genommen und hat gesagt, schau, es gibt im Leben nur zwei Arten von Menschen, nämlich gute und schlechte. Es gibt gute Albaner, schlechte Albaner, gute Serben, schlechte. Such dir nur die Guten aus und scheiss auf die Nationalität. Und so bin ich aufgewachsen. Deswegen verstehe ich mich meistens mehr mit Albanern als mit sonst wem. Und ich durfte durch diese Zeremonie gehen und ich habe Tränen geflossen, was waren Freudentränen. Es war so schön für mich, dass ich mich endlich erinnern konnte, was er alles Gutes für uns auch getan hat. Weil er hat ja nicht nur Böses gemacht. Und das war faszinierend. Ja, es ist wirklich auch zu verstehen, dass es gibt diesen Spruch im Englischen Only hurt people can hurt people. Also nur Menschen, die sehr viel Schmerzen erfahren haben, können auch Schmerzen anderen zufügen. Und das ist ja nicht böse, es ist halt einfach das Programm, das draufgespielt wurde. Und dieses Programm zu erkennen und diesen Schmerz dann zu fühlen und ihn damit auch im besten Fall zu heilen und zu transformieren, das ist ja die Journey, die wir jetzt gehen. Also in unserer, wenn man jetzt mal so zurückguckt, in unserer Linie von Leuten. Also eben mein Grossvater, der war ja auch crazy. Also der hat sich umgebracht am Schluss. Also das war auch noch so. Was man mal erzählt. Ja, der hat sich erhängt. Wow. Also der Vater von deinem. Von meinem Vater, ja. Der hatte so viel Schuld wahrscheinlich in sich. Spricht er? Spricht dein Vater über dieses Thema? Ja, also er hat es mir damals halt einfach gesagt. Oder so, oder ich meine auch so emotional? Oder denkst du, beschäftigt ihn das? Ich denke schon. Ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also mich hat es ja auch lange gar nicht wirklich, ich habe das auch in meinem Video erzählt, ich habe das lange gar nicht richtig verstanden, was es bedeutet, wenn dein Grossvater Selbstmord macht. Also dass das ja irgendwo auch was mit dir zu tun hat in dem Moment. Also dass dieser Schmerz ja irgendwo auch in dir ist und erst eben auch hier wieder durch Pflanzenmedizin, durch Ayahuasca, konnte ich dann immer mehr so verstehen. Wow. So weißt du, also im Sinne von, dieser Schmerz, den kann ich, ich kann den auflösen für alle. Ich kann den für die komplette Generation vor mir, inklusive auch meinem Vater. Und ich würde sagen, dass das jetzt auch für mich so das Größte war, dass ich mit meinem Vater eigentlich nie wieder groß, weil es gibt so diese Phase, jetzt rutscht mir ja schon so ein bisschen diese Plant Medicine Journey rein, aber bei mir war es halt auch so, ich hatte so diese Phase, wo ich halt auch so Mushrooms genommen habe und dann so erzählt habe, hey, ihr müsst das jetzt auch nehmen. Meine Mutter, mein Vater, die müssen auch heilen. Die müssen auch so. Alle müssen das jetzt irgendwie testen. Und irgendwann habe ich ja einmal mehr gecheckt, dass es gar nicht darum geht, dass andere das auch nehmen, sondern eher, dass ich, je mehr ich sozusagen bei mir bin, desto mehr heile ich automatisch alle anderen um mich herum. Hast du gemerkt, wenn du dich änderst, ändern sich die anderen auch das Wahnsinn. Das ist einfach dieses Programm. Und ich habe seither einfach diese ganzen Ego-Games mit meinem Vater. Die haben wir gar nicht mehr. Und wenn es mal aufkommt, dann lachen wir drüber. Spielerisch. Spielerisch, genau. Und deswegen, das ist eigentlich so für mich der grösste Wert jetzt auch gewesen. Und ja, deswegen, ich verstehe da voll auch, in welche Richtung das bei dir geht. vielleicht noch mal so ganz kurz, bevor wir da in diese, in diese, in dieses Feld, in dieses Feld tappen, dieses Unternehmertum. Du hast zweimal, jetzt bist du gescheitert, hast es dann aber irgendwie trotzdem hingekriegt. Also was, was war denn auch hier wieder so der, der Moment, nachdem dein Chef gesagt hat, du wirst es nie hinkriegen. Also was war dann so dieser Game Changer, der dich auch wirklich erfolgreich gemacht hat? So legal. Das ist wichtig zu erwähnen. Ich ging dann in die legale Kriminalität. Inkasso. Inkasso, das ist auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch sagt man Betreibungsamt. Nein, nein, Betreibungsamt. Forderungs. Man sagt Inkassobüro. Ah ja, Betreibung ist ja das, was der Staat macht. Bei der Gemeinde, jede Gemeinde hat ein Betreibungsamt und dort leitest du die Betreibung. In Deutschland heisst das Vollstreckung. Ja, genau, genau. Also, nachdem ich keine Anerkennung bekommen habe, habe ich gesagt, boah, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, wir haben über 150.000 gespart für ein Häuschen oder eine Anzahlung. Da habe ich sie überredet, dass wir das Geld nehmen für die Firma. Ich habe mir damals noch einen Businessplan machen lassen, weil die gesagt haben, du brauchst einen Businessplan. Dann bin ich zum Treuhandbüro 10.000 Franken bezahlt für einen Businessplan. Also, nichts ist nach einem Businessplan gegangen. Also, an dieser Stelle echt. Also, einen Businessplan kann man wirklich die Toilette runterspülen, weil das Leben ist der Businessplan. Genau. Real life. Was mich motiviert hat, war, ich wollte das Inkasso machen, weil dort haben wir am Rande Inkasso gemacht und ich konnte über dieses Inkasso sprechen, einen Anwalt am Telefon auseinandernehmen, jedem verkaufen, aber ich habe es nie ausgeführt. Keine Ahnung, wie man eine Betreibung einleitet, keine Ahnung, Rechtsöffnung, Zivilklagen, Mahnungen, sondern da habe ich verstanden, okay, es gibt eine Software, die sowas macht und es gab nur zwei und die grösste Motivation war aber die zwei Jungs, die das für uns damals gemacht haben, weil wir haben ja White Label gehabt, damals bei der anderen Firma. Dann bin ich zu diesen zwei Jungs und ich wollte einfach mal Informationen holen und die wollten mich auch abwerben. Bro, ich gehe da hin und die waren in so einem kleinen, kleinen Räumchen. Der Aschenbecher war so groß und so voll, voller Joints. Jetzt waren alles Joints und die haben aber das wirklich das Inkasso geschmissen, gemacht und das war für mich die grösste Motivation, weil weisst du, was ich zu mir gesagt habe? Ich habe gesagt, Mila, wenn diese zwei Kiffer das können, dann wirst du als Kokser dieses Game revolutionieren. Ich schwöre es dir, Bro. Ich schwöre es dir. Und dann, das war meine Motivation, da habe ich einfach eine Firma gegründet, rein, Akquise gemacht, Neukunden abgeschlossen. Also Business-Kunden sozusagen, also Leute, B2B, also Unternehmen, die sozusagen offene Rechnungen bei Kunden hatten und dann, ja. Und ich habe mich spezialisiert zuerst am Anfang auf Garagisten. Weisst du warum? Weil ich gemerkt habe, egal was man immer so verkauft hat, die Garagisten habe ich immer so Mol-Mol-Typen genannt. Warum? Weil egal, du redest so mit denen, er so, ah ja ja, mal-Mol, ja ja, mal-Mol machen wir, mal-Mol, mal-Mol. Also sie waren einfach zu überzeugen. Ja, zu close. Und dann habe ich angerufen, Termin vereinbart, hingefahren, Abschluss, ich kann mich erinnern, der andere, nicht mal in der Garage. Und ich so, wo ist denn der Chef? Ja, ist ja in der Dorf bei, jetzt am Mittagessen. Ich gehe einfach rein, schaue auf der Homepage, wie ausschaut, so einer mit Schnauze, setzt mich vorhin hin. Ich so, grüß Sie, der Schmilitsch. Einmal einen Termin. Ich so, ja, ich bin da. Und geclosed beim Essen alles. Ich habe alles abgeholt, dann in die Firma rein, selber die Fälle eingetippt, falsch gemacht, noch einmal, bis 12 Uhr abends, verpackt, verschickt. So alles selber gemacht, 16 Stunden gearbeitet, bis ich mal meine Finger so gekrönt habe. Und ich habe nicht gewusst, was das ist, habe ich so meine Frau angerufen, hatte zwei Autos, hat sie mich ins Krankenhaus entzogen, im Spital gefahren, die haben gesagt, ich habe so Spritze gegeben. Da habe ich zum ersten Mal von diesem Burnout gehört. Und ich sagte, es ist Burnout. Das ist doch was für alte Menschen. Ich habe nicht gewusst. Was das ist, ich habe mich überarbeitet. Auch auf Koks immer noch? Ich habe es, ja, aber nicht so viel. Ich habe schon, weil schau, das war dann so eine Zeit, wenn ich Koks genommen habe, hatte ich Paranoia. Das heißt auch Schwitzen und so, also ich konnte nicht mit Mitarbeitern und so während dem Arbeiten. Am Abend, ja, beim Bierchen. Um wach zu bleiben, um nochmal ein paar Sachen zu machen. Genau, oder sonntags, man sonntags war sogar verboten, Telefon in Kasse zu machen. Ich habe sonntags Jack Daniels, Koks, Zigarren, und habe Leute angerufen beim Grillieren und Telefon in Kasse gemacht. Und der andere, Sie wissen, es ist Sonntag, das ist illegal, was ich mache. Und ich so, ja, es ist auch illegal, die Rechnung nicht zu zahlen, seine Würstchen zu bröteln, während der Gläubiger nichts zu essen hat. Ja, fair enough. Und dann habe ich das alles gemacht, also wirklich von der Pike her. Ich habe keine Ahnung. Also was ich in meinem Leben festgestellt habe, durch all die Businesses, ich springe ins Ungewisse. Das habe ich durch diese Branding-Geschichten herausgefunden, weil die haben gesagt, was ist denn das, was dich ausmacht? Und dann habe ich gesagt, ich mache Sachen, ohne zu wissen, was ich mache. Weil wäre ich intelligent, Gott sei Dank bin ich nicht intelligent, dann würde ich ja rechnen, dann würde ich mir Sachen überlegen. Und dann würde ich es eben nicht machen, weil ich erfahren würde, was alles passieren kann. Und meine grösste Stärke ist einfach, ins Ungewisse zu springen, ins kalte Wasser und dann fängst du an zu schwimmen. Und so habe ich dann das erste Büro aufgemacht. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, Mischa, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe da überall auch schon Berichte drüber, aber ich habe es nie so detailliert erklärt. Ich habe mich verschuldet. Die ersten 150.000 gingen weg, dann konnte ich fast keine Löhne bezahlen. Dann habe ich vier Privatkredite aufgenommen. Da ich ja Unternehmer war, wollte mir niemand Kredit geben. Also über Frau 40.000, ihre Schwester 45, mein Bruder 45, der 45, dann noch Privatkredite. Und dann habe ich etwas gemacht, was damals, ich kann jetzt drüber reden, es ist verjährt. Ich habe Kundengelder auch verspekuliert. Also ich bin all in gegangen, all in. Es gab Zeiten, da konnte ich nicht mal meine Rechnungen zahlen, geschweige den Mitarbeiter auszahlen. Es war alles sehr knäbe, knäbe, knäbe. Und es war wirklich, einmal habe ich wirklich, verstanden, warum gewisse Menschen Selbstmord machen. Das war eine kleine Millisekunde, wo ich wirklich so in diesem Loch stand, wo ich so einen Gedanken zum ersten Mal gedacht habe. Das war noch nie in meinem Feld. Und rausgeholt hat mich wirklich, zu sich sagen, waren diese Vision Boards, weil ich habe immer etwas positiv gedacht. Ich habe meine Bilder, ich habe gesagt, ich will 100.000 pro Monat verdienen, mir auszahlen. Und dann habe ich mich wieder an das Ziel erinnert. Dann bin ich hin, zu der Finanzchefin, habe gesagt, du schick mir nicht noch einmal diese Mails. Ich weiss, es ist da, aber belästige mich nicht damit. Ich habe es wie verdrängt. verdrängt. Die Schulden waren da, aber ich habe sie verdrängt. Es war nicht da. Da habe ich mich wieder in diesem Modus von Millionen vorgestellt, telefoniert, noch härter gearbeitet, noch härter. Also 2009 habe ich angefangen und Ende 2015, Anfang 2016, habe ich es dann geschafft. Das war mein Durchbruch. Das war so lange her. Ich habe es in sechs, sieben Jahren. Also ich meine, es ist nicht, seit 2016 bist du so richtig jetzt auf dem Peak. Ja. Wow. Und in dieser Zeit habe ich dann einiges aufgebaut, ein eigenes Callcenter. Also ich habe von Ende 2009 bis 2016 über 200 Mitarbeiter gehabt. Keine Freelancer-Mieten, alles Angestellte mit Sozialleistungen, mit Büros, mit Teamleitern. In Pristina 100, in Istanbul 35, in Belgrad 70, in Novi Sad, zweitgrösste Stadt von Serbien. Das war... Crazy. Ich habe nicht mehr gewusst, wo, wir haben manchmal am Tag 100, 150, 200k gemacht. Aber auch viele Probleme. Dann kam Telemarketing, war so verpönt, weisst du, unlauterer Wettbewerb, man darf keine Sternchen anrufen. Es gab Zeiten, was heisst, Morgenroutinen. Meine Morgenroutinen waren damals aufstehen und dann zwei Polizeireviere besuchen, weil mich überall angezeigt wurde, wegen unlauterem Wettbewerb. Ich muss dir vorstellen, wir haben, keine Ahnung, die Schweiz, 2,8 Millionen Festnetznummern innerhalb von zwei Wochen durchgeballert. Produkte verkauft, alles Mögliche verkauft. Was habt ihr verkauft? Zeitschriften, Magazin, Abos, Inserate, Versicherungstermin für B2B, die ganze Inkasso-Dienste, also wir hatten 70 Telefonisten, die Kalterquise gemacht haben, Closer, Setter. Und die hast du aber nicht alle selbst ausgebildet, oder? Doch. Alle selbst ausgebildet? Ja, am Anfang alles selber gemacht. Dann habe ich Teamleiter, Verkaufsleiter gehabt. Dann hat sich in Belgrad der Wladimir herauskristallisiert, der ist jetzt auch schon seit 15 Jahren mit dem Staat. Der war sehr intelligent und sehr, sehr, sehr gut und der hat dann alles für mich übernommen. Also der ist dann nach Pristina geflogen, da geflogen, dort geflogen und hat das alles für mich gemanagt, dass ich das nicht mehr machen musste. Aber natürlich die Verantwortung war da. Wir hatten einmal einen, der 70 Mitarbeiter beansprucht hat, dann kündigt er auf einmal und da stehen 70 Leute da. Ich habe jetzt gerade eine Frage an dich. Es kam jetzt ganz spontan. Ich weiss auch nicht, ob du sie beantworten kannst. Das ist eine sehr hypothetische Frage. Aber ich habe immer so das Gefühl, auch wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, dass Menschen oder Geschäftsmänner, die so ein bisschen über Leichen gehen, also eben 2,8 Millionen Menschen anzurufen in ein paar Monaten, oder? Menschen, die einfach so gewisse Sachen machen, die auch nicht immer ethisch sind, dass die irgendwie dadurch auch viel erfolgreicher werden können, kurzfristig zumindest oder zumindest auf der finanziellen Ebene, als Leute, die es ehrlich machen und ethisch machen. Und ich gucke jetzt zum Beispiel so bei uns so auf die Ausbildung, die wir verkaufen. Wir haben ja auch eine ethische Verkaufsausbildung, wo wir wirklich Wert drauf legen. Ich meine, du hast ja einen unserer besten Vertriebler mittlerweile in deinem Team. wo wir wirklich darauf Wert legen, dass die Leute, die das verkaufen, dass die das real machen. Und mich würde einfach mal interessieren, wenn du damals auch das 100% alles auf einer ganz ethischen Basis gemacht hättest, so wie du es vielleicht heute auch mehr spürst. Glaubst du, du hättest annähernd den gleichen Erfolg erzielt, finanziell, jetzt mal nicht vom Gefühl her, sondern einfach mal so, also wie würdest du diese Businesswelt im Allgemeinen sehen? Weil es gibt ja so viele Player jetzt auch auf dem Markt, also Leute, mit denen ich früher mal gearbeitet habe, mit denen ich ganz bewusst nicht mehr arbeite, die heute wahrscheinlich finanziell 20 Mal erfolgreicher sind als ich, aber wenn ich denen ihren Content mal sehe, wenn der mal bei mir auf der Explore-Page auftaucht, dann spüre ich einfach eine Energie, in der ich gar nicht sein will. Weisst du, was ich meine? Sehr gute Frage. Also erstens mal habe ich damals nicht gewusst, was ethisch heisst. Genau. Wie schreibt sich das? Kann man das aufs Brot schmieren? So, ich komme ja aus einer anderen Ecke. Dazu muss ich mir aber sagen, also ich habe nichts verkauft, was es nicht gibt. Also wir haben nicht Luft verkauft oder Leute betrogen mit irgendwelchen... Also Luft gibt es? Ja, du weisst, was ich meine. Ich habe Sachen verkauft, die es gibt. Wie wir es verkauft haben, war eine andere Ausgangslage. Das war pure Gier. Das war absolute Gier. Also ich war sehr, sehr gierig. Ich war sehr aggressiv. Ich habe Verkäufer gedrillt. Also ich komme ja natürlich aus einer Zeit, ich habe vorbörsliche Aktien verkauft. Ich habe die Leute so gepitcht mit Einwandsbehandlungen. Auch wenn jemand Nein sagt, rufst du nochmal an und sagst, hey, ich weiss nicht, woran es liegt, aber irgendwie sind wir aus der Leitung geflogen und dann ballere ihn zu, bis er kauft. So war ich früher. Aber das war mir nicht ethisch bewusst, dass ich denke, ich mache was Falsches. Wirklich Wolf of Wall Street. Noch schlimmer. Und für mich war das eine Anerkennung. Die Leute kamen, Milan, man nannte mich sogar der Kaiser. Also ich hatte sogar eine Kaiserzeit hinter mir. Das war ganz schlimm. Der Kaiser habe mich aber rausgekotzt bei einer Zeremonie. War aber hart. Wenn du mich vielleicht daran erinnerst, dann erzähle ich es dir später. Und ich wurde mit S-Klassen chauffeiert. Ich hatte einen Chauffeur. Ich ging in die geilsten Clubs rein. Ich war der King. Verstehst du? Bist du oben? Da gab es keine Ethik. Da war niemand, der sagt, ich will Ethik. Da habe ich gesagt, das sind irgendwelche Priester, das sind irgendwelche Pussys. So, heute, auf deine Frage zurückzukommen, würde ich genau dasselbe wieder machen, aber anders, aus einer anderen Energie, was ich ja auch mache. Also ich habe nicht mehr 220 Mitarbeiter, aber es sind immerhin auch fast 100. und ich merke jetzt, ich habe ja mit Mentoring angefangen seit, ja so richtig, seit Januar. Ich habe jetzt schon 15 Mitarbeiter und Ende Jahr werden es 30, 35, Ende nächstes Jahr sind es dann 100. Also, nur mache ich es jetzt aus einer ganz, ganz anderen Energie. Aus welcher Energie würdest du es heute bezeichnen? Also erstens mache ich es nicht mehr, weil ich Geld brauche. Ich müsste eigentlich seit 2016, das wäre jetzt ein bisschen überheblich, zu sagen, ich müsste gar nicht mehr arbeiten. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. zu sagen, aber ich kann sagen, ich könnte mit dem, was ich verdiene, ein chilliges, ruhiges, normales Leben führen. Ein bisschen mehr als normal wahrscheinlich. Ein bisschen mehr als normal, ja. Aber es gibt auch, weißt du, dann siehst du andere Kunden, Freunde, die du hast, die haben Privatschats, die haben Yachten, die haben das Hundertfache, was ich habe und dann denke ich mir, boah, ich bin aber ein kleiner Kellner im Vergleich zu dem. Ist das immer noch was Erstrebenswertes für dich? Ja, ich kann es dir auch begründen, warum. Ich habe festgestellt, durch die ganzen Kontakte, die ich habe, ich habe ja auch Private Kunden, die machen 700 Millionen Umsatz, Gewinne von halben Milliarde. Und wenn du siehst, auf welcher Energielevel, dass diese Menschen schwingen und was sie bewegen können mit dem Geld. Und ich habe gesehen, was man bewegen kann. Und damit meine ich jetzt nicht etwas manipulieren oder was Kriminelles, sondern Geld ist eine fucking Macht. So, und jetzt liegt es aber an dir, was machst du mit dieser Macht? Willst du Menschen unterdrücken oder willst du Menschen fordern? Ich habe ja seit 2016 eine Stiftung, ich unterstütze 500 Familien jeden Monat. Und das nicht seit gestern. So, ich habe über eine Million schon dort investiert und ich weiss, ich könnte auch 100 Millionen investieren. Und ich weiss, ich kann das. Und es gab mir Zeit bei mir, durch das ganze Ayahuasca, wo ich dann gesagt habe, diese schöne Welt und alles, was sich die Leute verlieren, ich verkaufe alles und ich gehe nur noch im Dschungel und trinke Ayahuasco, mache nichts. Und habe mich dann gefangen. Habe gesagt, hey, bei mir sind halt diese Impulse, ich liebe den Erfolg, ich liebe es, etwas zu erschaffen. Ich habe 2016, habe ich knapp bis 2000, 19, habe ich dieses Buch von Tim Ferriss gelesen, die 4-Stunden-Woche und ich habe nur montags und freitags zwei Stunden gearbeitet. Ich bin 16 Mal pro Jahr herumgeflogen, Luxus-Safari-Reisen in Afrika, Seychellen, Maldiven, ich habe 60, 70 K pro Monat ausgegeben, auch schon 150 pro Monat, also nicht für Drogen, sondern wirklich für gute Sachen. Und mir wurde langweilig, langweilig. Ich habe diese Action gebraucht, ich will mit Menschen, ich will etwas erschaffen und ich erschaffe etwas und ich kann nichts dafür, dass ich gross denke und dass ich immer das Maximum erreichen werde. Nun heute ist es nicht mehr diese Gier, ich habe nicht mehr diesen Druck hier, ich hatte früher immer hier so einen Druck und dann auch so Atemprobleme beim Atmen. Und seit ich mich öffne, circa intensiv zwei Jahre, öffne ich ja mein Herz. Ich öffne mich, ich habe erkannt, wer ich bin, wo ich komme und mein Sein ist glücklich sein. Und ich meditiere sehr viel, ich gehe in diese Stille und ich liebe mein Leben, ich liebe meine Familie, ich liebe die Mitmenschen, ich liebe das Leben in vollen Zügen. Und warum, wenn ich schon die Fähigkeit habe und die Kraft habe? Genau. Und weißt du, ich arbeite, ich kann es Ihnen ja fragen, 16, 18 Stunden am Tag. Immer noch. Ohne Burnout jetzt. Jetzt ist es was anderes. Das ist Berufung. Und die Leute sehen mich und sagen, Milan, du bist jetzt wieder da in dem Land, machst du Urlaub? Machst du Urlaub? Ich sage, für mich gibt es den Unterschied nicht. Urlaub und Arbeit ist für mich dasselbe. Meine Frau zieht mit, meine Kinder unterstützen mich, ich bin für alle da. Es gibt keine Müdigkeit mehr, weil ich meine Berufung lebe. Und ich habe die Berufung, ich bin jetzt 44, habe sie mit 41 gefunden. Und meine Berufung ist es durch das, was ich weiss, ich nenne es jetzt mal auf der linken Seite des Lebens zu stehen, nämlich in Süchte, in Not, in Wut, in Hass, in Opferrolle, weiss ich jetzt, und Armut, weiss ich, wie es ist, auf der rechten Seite zu stehen. Liebe, Glückseligkeit, Freude. Und mein Weg ist es, mich in der Mitte zu bewegen und Menschen durch meine Geschichte von links nach rechts zu bewegen und deswegen auch die Retreats. Ich kann das nicht beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich dort diese Menschen betreue. Das kann man nicht bezahlen. Ja, ich kann mich erinnern, als wir in Portugal waren und du da mit dieser Idee auf uns gekommen bist. Das war, glaube ich, in dieser Nacht auch. Es war vorher, aber dort war ein Türöffner. Dort hast du meine Tür geöffnet mit dem einen Kollegen, den du empfohlen hast. Ja, das war gut, das war interessant. Und da hast du ja auch erzählt, so hey, ich will legal Ayahuasca machen. Genau. Und das war damals ja auch so, auf Basis von Rhythmia, wo ich ja auch war. Also das muss ich ja wirklich mal sagen, wo ich das Video von dir, damals habe ich, ich habe dich ja durch Patrick kennengelernt, aber zuerst Patrick, Patrick habe ich Ende 2018 und ich dann bei einer Wanderung irgend so 2019 oder irgend sowas. Aber wo ich das Video von dir gesehen habe, von Rhythmia, kam mir nicht, ich war sogar dreimal, aber das letzte Mal habe ich mir überlegt. Also wegen mir sind sicherlich noch 100 Leute da hingegangen. Also durch dich, Bro, hättest du Affiliate dort genommen, wärst du jetzt ein reicher Mann. Muss ich mal dem Jerry besprechen. Eigentlich könnte ich mal wieder gratis hin dort. Voll. Ja, eigentlich schon. Also an dieser Stelle danke, Bro. Ja. Wirklich danke für diese Arbeit, dass du das machst, dass du offen, in der Öffentlichkeit über sowas sprichst. Das ist nicht selbstverständlich. Du machst das ja jetzt auch. Ja. Ja, also das ist echt krass, weil ich sehe das, das ist vielleicht etwas, auch für die Zuhörer hier mal, wo man mal dran kauen kann, an dieser, das ist mir jetzt so erst richtig bewusst geworden, dieses Jahr. Ich habe auch lange, ich habe auch in meinem Buch sehr negativ über Social Media geschrieben. und ich sehe auch heute noch ein Riesenproblem mit Social Media und viel Gefahren, aber was ich jetzt erst verstanden habe, ist, dass Social Media macht uns nicht abgefuckt, als wir schon sind, weil das ist das, was jetzt immer erzählt wird, so ja, durch Social Media, schau mal, was da alles passiert, schau mal, was wir jetzt alles da machen für Social Media. Ich glaube eher, dass Social Media zum ersten Mal uns allen zeigt, wer wir schon immer waren und das ist für einige einfach absolut schockierend. All das, was wir diese ganzen Hunderten von Jahren verstecken konnten, das wird jetzt einfach alles gezeigt, oder? Schnelles Wissen. Ja, und wir sprechen über das, wir sprechen über unsere Väter, über unsere Grossväter. Ich hatte letztens in Kupangan, das ist für die ja nicht. Ja, ich hatte letztens einen Podcast, Mann, mit jemandem in Kupangan. Diese Person ist auf mich zugekommen und wollte ihre Geschichte erzählen auf meinem Podcast. Und die war sehr real, die Geschichte, in meiner Augen. Also da wurde sehr viel gesagt und dann im Nachhinein hat diese Person dann gesagt, hey Mischa, kannst du diesen Teil rausschneiden? Und sonst fühle ich mich nicht wo. Habe ich gesagt, okay, den Teil schneiden wir raus. Und dann ist ein paar Tage später nochmal eine Nachricht gekommen, hey, kannst du diesen Teil auch rausschneiden? Und dann nochmal eine Woche später so, ja, ich mache jetzt noch, die Leute, die mich beraten in meiner Stiftung, haben gesagt, ich soll den Podcast gar nicht veröffentlichen, weil ich, weil ich, ja, und dann habe ich einfach so für mich so realisiert, das funktioniert, also das ist meine Meinung, es kann natürlich auch sein, dass es komplett anders gesehen wird, aber ich glaube, diese ganzen konventionellen, oldschool Kommunikationsexperten, die dir da was erzählen, niemand will mehr diese polierte Scheiße sehen, niemand will mehr hören, wie du jetzt eben vom Tellerwäscher zum Millionär wurdest, wie du diese Heldenreise gemacht hast und jetzt ist alles gut, ja, jetzt ist das Ende erreicht, jetzt bist du der Heilige, so, weißt du, auch heute noch, oder wir strugglen ja auch heute und auch mit unseren Themen und das ist okay, so. Aber denkst du, dass es für mich einfach war? Ey, du weißt, ich komme ja aus Serbien und wir haben ein anderes Mindset und alles und wo ich durch Ayahuasca aufgewacht bin und gewisse Sachen gesehen habe und mich von vielem distanziert habe, können wir ja später mal reingehen, habe ich ja diese Vision gesehen in Rhythmia und habe gesagt, hey, ich will auch eine Plattform kreieren, damit andere Menschen genau dasselbe erleben können, wie ich. So, und wie willst du das machen? Du musst ja in die Sichtbarkeit gehen, du musst über das reden. Eineinhalb Jahre hat es bei mir gedauert, Bro. Ja, ja, bei mir auch. Meine Frau hat gesagt, Schatz, mach das bitte nicht, wir haben Kinder und die Kinder, Papa, tu das nicht, du kannst doch nicht über Gefängnisse reden, das wusste auch gar keiner bei uns im Umfeld so. Man redet nicht drüber, das ist Schande. Dann kann sie, was wird mein Vater denken, also ihr Vater im Dorf, die Leute werden ihnen ansprechen, dass du Drogen genommen hast, du wirst in der Öffentlichkeit sagen, dass du Drogen genommen hast, bist du blöd? Keiner hat aber gewusst, dass ich fast 30 Jahre kokainsüchtig war. Ja. Und dann habe ich mich selbst dann auch zurückgezogen und habe ich nicht getraut. Ich habe gedacht, okay, ja und dann, meine Mutter ist ja heute immer noch Gegner, weil mein Bruder will mit mir nicht sprechen darüber. Die sind voll ablehnt. Und das ist nicht einfach, verstehst du? Ich bin den Weg gegangen und dann kamen aber auch Unternehmer, die mir gesagt haben, Milan, wenn du das machst, wirst du Kunden verlieren, die Leute werden weggehen. Weißt du, was passiert ist? Ich habe die geilsten Kunden zur Zeit. Genau. Ohne Witz, es ist keiner gekommen und hat gesagt, ich habe gekündigt, weil du Ayahuasca genommen hast oder Drogen genommen hast. Die sind gekommen und haben gesagt, wow, Milan, Respekt, Respekt, dass du dich so öffnest. Das ist sehr mutig. Und es sind neue Kunden gekommen, eben durch Ayahuasca, durch die Retreats. Also an dieser Stelle wirklich auch an alle Zuschauer, geh deinen Weg, trau dich, hab Mut, mach. Und am Anfang, ich habe das immer so festgestellt, wenn du in die Sichtbarkeit gehst oder etwas Neues startest, dann tu dich am Anfang, es gibt so wie drei Phasen. Du wirst zuerst belächelt, dann wirst du angegriffen und dann wirst du bewundert. So, bist du dieser Bewunderung, ist es aber ein Weg. Du kannst nicht sofort hier sein. Aber es ist auch ein schöner Weg. Ja, und vielleicht noch davor muss man halt auch zuerst was erlebt haben, das durchgemacht haben. Weißt du, dass ich es jetzt mittlerweile sehe, das ist halt auch wieder so dieses Social-Media-Phänomen, dass Leute sich so in ein Studio hinsetzen und irgendwas erzählen, was sie in einem Buch gelesen haben. Oder Leute, die irgendwie eine Speaker-Ausbildung machen mit 19 und dann auf einer Bühne stehen. Das war aber etwas, was mich motiviert hat, dieses Mentoring anzusteigen. Ohne Witz, also Gott sei Dank, hat es dir gegeben. Weil, weißt du, immer wieder kamen diese Hansis raus, ich zeige dir, ich zeige dir, ich zeige dir. Und dann sehe ich so, okay, was hat er, zwei Online-Shops, okay, da 30K gemacht, vielleicht 40. Und der zeigt jetzt andere, wie sie Millionäre werden und redet über Millionärs-Mindset. Und weißt du, und ich bin es schon seit längerem, aber ich spreche nicht darüber. Und dann hat es mich so getriggert. Was will der 20-Jährige jetzt da über das Leben erzählen? Jetzt nochmal zu diesem Millionärs-Mindset. Das müssen wir jetzt nochmal dekonstruieren, weil du hast jetzt gerade viele Sachen schon gesagt. Du hast gesagt so, hey, ich habe mich nach Ayahuasca auch von vielen Sachen distanziert. Du hast auch gesagt so, hey, ich weiss auch nicht, wie das jetzt heute gewesen wäre, wenn ich in dieser Energie damals schon gewesen wäre. Weil irgendein Teil von dir ist ja auch froh, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und einige würden jetzt hier zuhören nach einer Stunde, ein bisschen mehr, und sagen so, ja, das ist halt genau das Ergebnis von jemandem. Also Millionärs-Mindset könnte jetzt eben genau wieder heißen, kein Gewissen, weiss nicht, was ethisch ist. Aber im Sinne von, was würdest du als das Millionärs-Mindset bezeichnen? Also ich habe es am Anfang ja schon ein bisschen erwähnt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Investoren kennengelernt, Early Investors in Lime und Uber. Einer, der da für, wie heisst das Ding, Liquid Death hochgezogen hat. Also irgendwie, machen glaube ich zwei Milliarden im Jahr oder so Umsatz. Und eben diese Menschen sind sehr inspirierend für mich. Aber gleichzeitig haben die auch wirklich so eine ganz krasse Energie, wo ich verstehe, dass es für viele Leute wahrscheinlich auch abschreckend sein kann. So eine Energie, eben wie du gesagt hast, dieses Geld, oder das macht ja auch was mit dir. Das gibt dir dieses Gefühl, du kannst alles. Und für einige funktioniert das. Es gibt Leute, die sind super humble geblieben. Ich meine zum Beispiel, ich finde Bill Gates so krass, da er ihnen 90 Prozent seines ganzen Vermögens einfach so weggegeben. Ja gut, die Frage ist ja, macht er damit jetzt noch mehr Profit oder nicht? Ist das eine Stiftung? Ich persönlich glaube es nicht. Ich weiss, es gibt viele Verschwörungstheoretiker, die jetzt sagen würden, es ist anders, aber für mich ist der, ist der Dude halt einfach so, ja, aber es gibt ja dann auch Leute, die gehen ja komplett durch. Was ist das Millionaire's Mindset jetzt? Also ich kann nur aus meiner Meinung, meiner Perspektive sprechen, wenn ich mich, mein Leben reflektiere und das jetzt, und das aber auch von sehr erfolgreichen Unternehmen, die ich kenne und auch Coach und befreundet bin, ist immer dasselbe Muster. Es ist der Mut, Risikobereitschaft, also wirklich über die Grenzen zu gehen und harte Sachen einzugehen, auch zu riskieren, dass man verlieren kann. Ja, also Mut, Risiko und Durchhalte, Durchhaltevermögen, das stelle ich immer wieder mehr fest. Bei mir ist es auch schon, diese Retreats, das ist auch so, ich kann, jedes Unternehmen hat bei mir sechs bis sieben Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, Geld zu verdienen und ich investiere ja nur. Ich mache Retreats und mache minus 20, 30 K, mich schreiben Leute an, die auch Retreats machen und sagen, Milan, können wir mal einen Zoom-Call machen? Ich sage, warum? Ich brauche deine Hilfe und ich sage, was denn? Kannst du mir bitte sagen, was dein Erfolgsrezept ist, ist, dass du so die Retreats groß machst und die denken, ich fahre eine G-Klasse und habe eine Rolex durch Retreats verdient? Ja, ja. Und ich sage ihm ganz offen, ich sage, Bro, ich mache minus. Wie viel ist das? Ja, 20, 30. Wieso machst du das denn? Ja, weil ich weiss, dass das es braucht. Das ist notwendig, anders geht es nicht. So, aber irgendwann hört das auf und dann ist das Fundament da, die richtigen Leute da. Ja. Also Risiko, Bro. Es ist wirklich, das ist Risiko. Definitiv. Also nochmal zum Retreat-Business, das kann ich auch nochmal sagen, also ich kenne da jemanden, der hat, glaube ich, 500.000 Umsatz gemacht letztes Jahr und davon sind 4.000 Euro Gewinn. Und da war ich dann so, okay, und ich habe es ja auch erlebt, ich habe ja auch eine Zeit lang Retreats koorganisiert. Ja, ja. Weißt du ja auch. Ja, ja. Hoffe wieder bald. Was? Hoffe wieder bald. Ja. Und das ist ja auch so krass, oder? Das ist einfach so ein Business, das machst du eigentlich wirklich nicht, also mich würde mal interessieren, wo willst du damit hin, mit diesen Ahom-Retreats? Ahom, ja. Wo willst du damit hin? Was ist das Ziel? Und was mich auch interessieren würde, ist, ob du weisst, jetzt zum Beispiel bei Rhythmia, ich kenne ja nur Rhythmia wirklich auch persönlich, da hat der Jerry mir auch erzählt, das war ein riesen Hustle am Anfang. Der wollte ja eigentlich zuerst Stripclubs in Flughäfen bauen, die er dann Cockpit nennt, was eigentlich auch eine geniale Idee gewesen wäre. Verdient der heute wirklich gutes Geld mit Rhythmia? Ja, schon. Mittlerweile schon. Also ich kenne Jerry auch persönlich, ich habe ja seine Handynummer, wir tauschen uns ab und zu mal aus, schreiben auch, hat mir auch schon sehr gute Tipps gegeben. Also er hat natürlich das Game revolutioniert, aber auch sein Anfang, Bro, also der hat Millionen eingebuttert dort, Millionen für Influencer bezahlt. Nur schon diese Anlage hat ja, keine Ahnung, acht oder zwölf Millionen gekostet. Er hat, soviel ich weiss, wenn das so stimmt, was er sagt, hat eine Softwarefirma, glaube ich, für 64 Millionen verkauft und ist in dieses Business eingestiegen. Ähnlich wie bei dir eigentlich so irgendwo. Fast, ja. Ich habe jetzt nicht so viel investiert, bin aber dran. Du fragst mich, was ich damit vorhabe? Ja, wo die Vision ist. Ja, also ich, eben, ich kann mich erinnern, Portugal 2021, Milan kommt aus seiner Zeremonie zurück und sagt so, jetzt geht's los. Ich habe Jesus gesehen, glaube ich, oder zumindest, ja, auch. Du kannst dich gut erinnern, Rudi, ja. Klar, und dann so, yo, hey, aber das war Bufo. Ja, ja, ich mache jetzt Ayahuasca legal in Portugal. Ja. Das war die Vision und jetzt, mittlerweile ist es nicht Portugal geworden. Ich habe dort eine Firma gegründet, habe über 150.000 dort investiert, mit dem einen, eigentlich mit zwei Geschäftspartnern, also Geschäftspartnern, waren angestellt, das war mein Geld. Es war die Rede, dass wir eine Klinik machen, das Ganze legal und der Anwalt, der mir dort präsentiert wurde, der hat viel geredet, er konnte auch was nachweisen, also ich habe ihn ja auch überprüft, doch nachher, wo wir dann in der Umsetzung, war einfach nichts. Also ich habe da Fixlöhne von 60.000, 70.000, 80.000 bezahlt, das bewegt sich nichts. Da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht der richtige Weg, weil das kann noch fünf Jahre so dauern. Und dann habe ich mich dort distanziert, wurde dann auch von diesem einen Kollegen betrogen, verarscht, beklaut und dann bin ich wieder tief ins Loch gefallen. Das war dort, war ich jetzt noch nicht so wie jetzt, aber ich war sehr, sehr, sehr wütend, was die mir angetan haben. Das war Diebstahl. Und das hat dann wieder mein Ego genagt und es war auch nicht wenig Geld, ich meine, auch 150.000 ist für mich auch nicht einfach für einen Franken, das ist auch schönes Geld. Und das war Weihnachten, ich war am Boden zerstört und alles, hatte auch Rache, Gelüste und alles Mögliche. Ich habe immer überall irgendwelche Bücher herumliegen und dann war irgendwie gleich so ein Buch von Secret und so, habe ich einfach aufgemacht und dann einen Satz gelesen und dann stand Vergebung. Und ich habe Vergebung immer wieder auch angewendet. Dann habe ich in der Meditation mir diese zwei Menschen vorgestellt, habe ihn vergeben, habe sie auf die Reise geschickt, habe aber auch damals dem einen angerufen, den anderen konnte ich nicht erreichen und habe ihm auch klar am Telefon gesagt, ich vergebe, das ist alles gut und den konnte ich loslassen. Und dann habe ich mich wieder gefangen und habe weitergesucht und das Thema war, den richtigen Schamanen zu finden. Das war so die Herausforderung und dann hat es mich nach Barcelona getrieben, weil in Barcelona, schau, es gibt, es ist nicht legal, es ist aber auch nicht illegal, was wir machen. Es gibt eine Grenze. Es ist im Graubereich. Genau, es gibt eine Grenze. Wir haben dort auch eine Stiftung eröffnet, dass wir das auch machen dürfen. Die Schamanin ist auch bekannt dort und in der Location, in der wir es machen, ist es wunderschön außerhalb von Barcelona. die unterstützen das Ganze auch. Also wir müssen uns vor nichts verstecken und machen nichts Falsches. Und dort habe ich einen schönen Platz gefunden und dort machen wir das. Das Ziel war und ist es immer noch in den Amazonas, ich weiß noch nicht, welches Land genau, wirklich eine Klinik, eine Klinik für Pflanzenmedizin, eine ganzheitliche Klinik für Pflanzenmedizin aufzubauen, mehrere hundert Hektar Land zu kaufen und etwas auf die Beine zu stellen, was ich dann auch meinen Enkel, 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 Enkelkindern hinterlassen kann, dass ich da wirklich was aufbaue und dass die dann weiterhin auf das arbeiten, dass ich eine Klinik für Pflanzenmedizin aufbaue. Und diesen Weg gehe ich und wir haben die Home-Retreats ins Leben gerufen und sind momentan noch in Europa unterwegs. Es kommen jetzt auch andere Länder. Ich bin jetzt auch dabei, Grundstücke zu suchen in verschiedenen Ländern, wo auch meistens die Sonne scheint in Europa, dass wir ein eigenes Retreat-Center aufbauen und das Ziel sollte sein, dass wir hier in Europa mehrere Retreat-Center haben und momentan machen wir so vier bis sechs Mal pro Jahr. Ich denke, nächstes Jahr werden wir es dann vielleicht hinbekommen, acht bis zehn Mal pro Jahr, aber das Endziel wäre jede Woche 48 Mal pro Jahr Retreat. Vielleicht in Europa das auch ein bisschen kürzer fassen, vielleicht nur so zwei, drei Nächte, damit die Leute dann im Genuss davon kommen und sehen, was es ist, mal in Berührung kommen und dann, wenn sie möchten, eine richtig tiefe, ganzheitliche Betreuung machen, dann in den Amazonas 14 Tage. Das wäre so die Vision. Hast du schon mal 14 Tage Initiation gemacht im Amazonas? In Amazonas nicht, aber ich habe, ich habe, wo ich angefangen habe, damals mit unseren gemeinsamen Freunden, habe ich das allererste Mal genommen, danach habe ich hundertmal sicherlich innerhalb von zweieinhalb Jahren Ayahuasca getrunken und dann irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, aber es waren über hundertmal. Ja. Da bin ich sieben Tage, vier Nächte gegangen, dann gleich nächste Woche nochmal fünf Nächte, aber jetzt nicht in Amazonas am Stück, aber ich habe viel getrunken und bei mir war es halt so, ich habe, boah, ich habe zwei, zweieinhalb Jahre immer wieder den Vater. Irgendwann habe ich gedacht, Alter, wann habe ich dich rausgeschissen und rausgekotzt und er kommt immer wieder. Das waren so viele Trauma, das sind mir drinnen. Ich habe sogar auch gesehen, was meine große Eltern, Großvater kannte ich noch, aber nicht den Urgrossvater. Ich habe sogar gesehen, was der da alles gemacht hat, was durch mich rauskam. Wow. Vielleicht hier nochmal so eine Frage. Ich habe erst letztens so ein Reel gesehen, wo so der Markus Baulig darüber spricht, dass er das voll nicht gut findet, dass man da Pilze nimmt und Eisbäder macht, weil man dann ja darauf hängen bleibt oder dann nicht mehr, also er hat eigentlich gesagt, die Leute, die Ayahuasca trinken, sind broke. Okay. So hat er es eigentlich gesagt. Da kennt er mich nicht. Eben, das wollte ich sagen. Also du bist ja eigentlich mindestens so erfolgreich wie die Boys und bist ja mit 100 Zeremonien gehörst du jetzt, also ich habe nicht 100 Zeremonien, ich habe 10 gemacht. Also das ist 10 Mal mehr Zeremonien als ich gehabt und bei dir scheint ja etwas anders gelaufen zu sein. Also was ist so deine Meinung, wenn du das so hörst, dass der Ayahuasca auch ein Business Killer sein könnte? Weil für einige Leute ist es ja schon so, dass die dann zuerst mal in so eine ganz komische Richtung gehen. Es gibt sicherlich da draussen den einen oder anderen die Ayahuasca genommen hat und wirklich broke ist. Gibt es sicherlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt sicherlich auch bei den Bauligs Kunden, die unzufrieden waren. Gibt es sicherlich. Kann man dann sagen und verallgemeinern und sagen, alle Baulig Kunden sind unzufrieden, kann man nicht. Genauso ist es bei Ayahuasca. Ich denke, also wenn wir jetzt das Wort broke nehmen, muss man sagen, was heisst broke? Wenn jemand richtig broke war und immer war und sein ganzes Leben jetzt Ayahuasca trinkt, dass ich denke, der wird doch weiterhin broke bleiben. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Und ich kann von mir reden. Also ich war vor Ayahuasca sehr erfolgreich und denke, bin jetzt noch erfolgreicher. Jedoch muss ich sagen, ehrlicherweise sagen, dass es bei mir dort auch die Zeit gab, wo mir dann alles scheißegal war, wo ich dann gesagt habe, boah, diese Welt ist so faszinierend. Was ist Geld? Und dann kamen so diese, weißt du, auf den Retreats, hey Bro, geh in dein Herz. Energie, was ist der Energieaustausch? Was ist da auskommen mit diesen Wörtern, mit Röcken und mit ihren Malerketten und alles und der ganze Scheiss. Und da musste ich auch aufwachen und sagen, das ist nicht meine Welt. Ich brauche keine. Ich kann eine Rolex tragen, eine Gehkasse fahren, Ayahuasca trinken und spirituell sein. Das ist ja auch mein Branding. Ich gehe auch diesen Weg. Ich möchte genauso Baulig-Typen zeigen, hey, du kannst weiterhin Millionen verdienen, Luxus geniessen in Hülle und Fülle, aber dennoch spirituell sein. Was soll falsch sein an Eisbad? Was soll falsch sein an Meditation? Warum nicht ab und zu? Ich meine, schau mal, Elon Musk, Bill Gates, all die, Will Smith, sind die alle bescheuert? Die nehmen ja auch Ayahuasca. Das ist ja das Ding, man, ich bin ja auch erst seit zwei Jahren so richtig aufgewacht. Ich war auch kurz in dieser spiritual, so ein bisschen so Bypassing-Phase, wo ich so das Gefühl hatte, so ja, Erfolg, Geld ist gar nicht so wichtig und es ist auch weniger wichtig geworden, aber nicht unwichtig. Es ist einfach nicht mehr, ich definiere mich nicht mehr darüber und das fühlt sich eher wie eine Befreiung an, würde ich jetzt gerade sagen. Aber eben so, diese ganzen Leute, die, also ich habe, sagen wir es mal so, ich habe früher mit Patrick in Vegas, da haben wir so richtig krasse Partys gefeiert. So, aber wir haben dann auch immer mal wieder so Einladungen gekriegt von so reichen Dudes, die uns irgendwie cool gefunden haben, so hey, kommt in den Club, kommt auf diesen Tisch, wir haben da für 5000 Euro Wodka gekauft und dann kommen wir dorthin und dann sind das irgendwelche so verklemmten Dudes, die zwar alle ultra reich sind, aber nicht mal sich bewegen können, die Frauen so versuchen, so mit Geld zu beeindrucken und am Schluss sind wir dann mit den Frauen weitergezogen, weißt du? Und ich habe dann immer, irgendwann habe ich dann auch so für mich diesen Glaubenssatz entwickelt, dass reiche Leute einfach verklemmt sind und eigentlich gar nicht wirklich wissen, wie das Leben läuft und jetzt erst seit zwei Jahren, seit ich mit diesen Leuten hier auch am Burning Man bin, wo ich eben auch Leute getroffen habe, die sind, das sind ultra, ultra erfolgreiche Menschen und da habe ich dann gecheckt, okay, es gibt aber trotzdem noch dieses nächste Level und die, die sind alle, also die haben alle mindestens schon mal irgendwie psychedelische Sachen erlebt und haben alle schon irgendwo auch diese ganzen Sachen durchgemacht. Also man kommt da eben auch wieder raus und integriert es und ist dann noch mehr am Start. Also aus Datenschutzgründen kann ich natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ich kann wirklich sagen, dass bei uns auf den Retreats Menschen kommen, Unternehmer kommen, wo, ich würde es mal behaupten, in der DACH-Region jeder dritte, vierte ihre Dienstleistung konsumiert, unter anderem auch die Bauligs, mit denen auch befreundet sind und die machen die besten Erfahrungen und, also ich, ich kenne die Bauligs nicht persönlich, aber wenn ich so diese Geschichten sehe und sehe, was die aufgebaut haben, Respekt, also diese Jungs verdienen wirklich meinen Respekt und ich weiß, es wird sicherlich mal eine Zeit kommen, da werde ich sie mal kennenlernen, also ich, ich bewundere sie und, und ziehe meinen Hut vor ihnen, sage super Jungs, was ihr da aufgebaut habt, vor allem wenn ich sehe, wie viele das kopieren von ihnen und weitergeben, es entstehen so viele Unternehmer und alles, ähm, bravo, aber ich kann auch sagen, dass sehr viele Baulig-Kunden auch bei uns waren, einige. Und wegen was kommen die zu euch? Oh, der eine hat ein Mutterthema, der andere, also erstens mal wissen sie nicht, was das Thema ist, nicht die meisten wissen ja, was das Urthema ist, aber Rastlosigkeit, ähm, äh, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Unzufriedenheit, ist Geld wirklich alles, ich habe jetzt meine zwei Mercedes, jetzt kommt noch ein Porsche, aber viele kommen aber auch, weil sie, weil sie, weil sie, wie sagt man, gewundrig sind, neugierig sind, neugierig sind und sagen, ah, der hat schon, der hat schon, ich will auch, und das ist eben bei uns halt, mein Branding ist halt auch ausgelegt für Unternehmer, für Selbstständige oder für Menschen, die in einer gewissen Klasse verdienen. Ja, du bist ja auch eigentlich, wenn ich jetzt mal so gucke, wenn ich jetzt auf die Metanoia, Leute gucke, aus Datenschutzgründen darf ich jetzt deinen Namen sagen, also ich arbeite auch am liebsten mit diesen Menschen zusammen, also professionelle Pokerspieler, Multiunternehmer, Investoren, einfach Leute, wo ich merke so, die sind schon durch diesen ganzen Weg gegangen und die sind auch, die haben auch ein Bewusstsein so, die sind nicht stumpf. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil schau, beim Branding ging es mir so, also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder Mensch hat es verdient, einmal im Leben so eine Erfahrung zu machen. Eine Hausfrau, eine, die McDonalds arbeitet, aber auch ein Banker. Doch irgendwo, weißt du, wie es ist im Business, muss man sich ja irgendwo positionieren. Ich kann nicht jeden. Du kannst mit denen ja auch nicht resonieren. Also kannst du mit einer Hausfrau gleich gut resonieren, wie mit einem Geschäftsmann, der 20 Jahre Kokain konsumiert hat? Dazu wollte ich Folgendes sagen, ich weiss, worauf du hinaus willst, doch ich wollte damit sagen, jeder hat es verdient und für jeden gibt es diese Plattformen. Weil es gibt mittlerweile in Berlin irgendwelche Schamanen, die bieten für 200 Euro in einer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung diese Retreats an. Okay. So, ich habe einfach für mich gemerkt, dass wenn ein Unternehmer, der eine gewisse Grösse hat und ein Standing hat, diese Erfahrung macht, dann verändert er ganz viel. Viele Menschen werden durch ihn verändert. Das ist als Führungskraft sehr liebevoller geworden. Jedoch, wenn eine Hausfrau oder eine Angestellte, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen herablassener an, ist es aber nicht, was ich damit sagen möchte, wenn die so eine Veränderung macht, dann hat sie es gemacht und es bleibt in diesem Kämmerchen. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Die Multiplikatoren sind halt ganz anders. Und ja, natürlich gebe ich mich gerne mit Gleichgesinnten, was aber nicht heisst, dass bei uns, also für uns war letztens auch eine Frau mit einem 18-jährigen Kind, ja, alleinerziehende Mutter, die sich halt das auch leisten wollte und möchte. Und ich sage, schau, die Preise sind nicht, da weiß ich nicht, was für Multimillionäre. Diesen Preis, den wir haben, das kann sich jeder leisten. Und ich sage immer, leistet doch einmal im Leben so eine Erfahrung in einem professionellen, gut geführten Setting, statt mehrmals in irgendwelchen abgefagten Wohnungen. Ja, also das ist auch etwas, was ich nochmal hier unterstreichen möchte. Ich war zwar persönlich nicht bei dir, aber ich habe noch nicht. Zwei Leute aus meinem Unternehmen waren ja auch beide bei dir. Sehr gute Leute übrigens. Sehr gute Leute und ja, das hat in denen auf jeden Fall auch einiges ausgelöst und die haben auch dieses Feedback gegeben. Ich meine, du warst ja auch bei mir, du konntest auch mir Feedback geben, wie ich es gemacht habe und ich war ja da wirklich ein kompletter Anfänger noch. und ich glaube, das ist wichtiger denn je jetzt, dass man eben nicht nur Wert darauf legt, dass man das richtig und professionell macht, sondern dass man eben auch Bock hat, es so zu machen, wie man es will. Und du bist ja so ein Typ, du hast diesen hohen Anspruch und du legst Wert aufs Detail. Und deswegen ist es ja auch für die Leute, also ich zum Beispiel, wenn ich in einer Wohnung sitze, bei irgendeiner Neo-Schamanin in Berlin, die irgendwie, oder irgendwie so Kids, die jünger sind als ich, so weißt du, dann, ich kann die gar nicht ernst nehmen. Also das würde bei mir gar nicht funktionieren. Das ist ja so wie bei einer Reiki-Heilerin, die fragt dich ja auch zuerst immer so, nimmst du es an? Also bist du offen für das? Wenn du nicht offen bist, dann hast du wieder so eine Bremse und das funktioniert. Das sagt ja auch Goenka in seinem Retreat. Also du musst zuerst sozusagen empfangen wollen. Also man nennt das auf Englisch Transmission und bei dir, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da einen Extremhebel hast. Also fünf Tage, sieben Tage, was ist das bei dir? Also ich habe natürlich auch herumexperimentiert am Anfang, alles Mögliche ausprobiert. Doch ich habe mich auch viel dort an Rhythmia gemessen, habe gesagt, wenn ich sowas in Europa mache, dann möchte ich das auf einem Level machen, was kein anderer macht. Und deswegen scheue ich auch keine Kosten und habe wirklich ein Top-Team geformt. Wir sind 14 Betreuer. Also nur schon das Essen kostet uns über 12.000 Euro. Und gewisse organisieren zwei Retreats für dieses Geld. Also wir haben drei vegane Köchinnen, wir kochen vegan, vegetarisch. Wir haben eine psychologische Face Readerin, die auch einen psychologischen Background hat. Eine sehr kompakte Unternehmerin, die in der Coaching-Szene in der Schweiz sehr bekannt ist, aber nicht in die Social Media und Öffentlichkeit möchte. Dann haben wir eine Allgemeinmedizinerin. Also diese Frau ist 25 Jahre Allgemeinmedizinerin, die kommt auch mit dem ganzen Koffer dort vorbei. Dann haben wir noch einen Arzt aus Barcelona. Er ist ganz ein spezieller Mensch, weil er ist so um die 58, 60. Der war 35 Jahre lang Allgemeinmediziner und hat sich die letzten sieben Jahre nur auf Plant Medicine spezialisiert. Was macht er so bei euch? So was habt ihr eingesetzt? Der ist auch Redner. Er erklärt den Leuten aus der ärztlichen Sicht, Allgemeinmedizin, aber auch aus der Pflanzensicht, erklärt er ihnen diese Welt und diese Wirkung. Wir haben ja auch Buffo und Cambo und alles und er erklärt das natürlich auf so eine professionelle Art und Weise, dass es nicht nur Sinn macht, sondern dass du auch ein gutes Gefühl hast, weil er kommt aus beiden Welten. Dann haben wir natürlich Top-Schamanin, Dines, die macht das seit über 15 Jahren und ich kann wirklich stolz, ist der Fall schon. Ich bin glücklich, dass wir Live-Musik haben. Du weisst ja, wie wichtig das Live-Music ist. Also bei mir kommt keiner mit einer Playlist, die spielen zu sechs, Bro. Jeder hat so sein Instrument und die spielen diese Peaceful-Music und Bayahuasca ist ja das Wichtigste, die Musik, weil die bewegt dich ja von einem zum anderen. Dann haben wir auch holistische Menschen, dann Yoga-Lehrer, dann Meditationslehrer, dann bin ich dort vor Ort sieben Tage. Also sieben Tage und bevor das Retreat aber anfängt, machen wir vier Wochen vor Integration. Das gibt es so auch nirgends, weil ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die melden sich an und sind so wie lost, oder sie haben Ängste und dann schreiben sie immer wieder per WhatsApp, ja was ist das, was muss ich da machen, was muss ich hier machen. Also haben wir jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Zoom-Call mit allen Teilnehmern und nicht alle 14 Betreuer, sondern wir sind zu 6, die Wichtigsten und dann gehen wir auf sie ein, wir bereiten sie vor. Was ist deine Intention? Warum willst du das überhaupt machen? Die sollten sich schon vorbereiten. Und dann gibt es in der zweiten Woche die Diät, wird ja eine Diät erklärt, man muss ja auf verschiedene Sachen verzichten. Dann in der dritten Woche die Anreise, ja es ist ja auch nicht ohne, wann reise ich an, wann reise ich ab, wer holt mich ab, was für Klamotten nehme ich mit, wie wird es dort sein, was wird passieren. Das heisst, das Setting ist so aufgebaut, dass du, wenn du dann zum Retreat kommst, einfach so, ach, also ich freue mich, sicher, ich fühle mich sicher und ich freue mich, diese Erfahrung zu machen. Früher war das so, die kamen dann mit dem Shuttlebus und das richtig so gesehen, wenn fängt es an, dann fängt es an. Also all die Fragen und nicht wissen, was passiert und alles. Und es sind sieben Tage, drei Nächte Ayahuasca. Es geht so von zehn, zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens. Dann haben wir noch einen Tag Bufo, was wir machen und einen Tag Cambo. Wie viele Leute machen Bufo in der Regel so prozentual? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben einen neuen Rekord gemacht jetzt im letzten Retreat. Normalerweise immer die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte und die andere Hälfte schaut so von Weitem. Warum macht die andere Hälfte es nicht, was glaubst du? Das kann ich dir ganz genau sagen. Die haben Todesangst. Sie haben Angst, weil es ist ja auch eine Nahtoderfahrung. Das heisst, in dem Moment keine Kontrolle über Gedanken, keine Kontrolle über Verstand, nichts, du bist einfach tot. Also, der Verstand, die Gedanken sind tot, der Körper ist natürlich da. Und das geht so so circa 10, 15, manchmal 20, 25 Minuten. Bei Ayahuasca ist es halt so, ist ja auch DMT drin, wie bei Bufo, nur ist es eine weibliche Energie. Mama Wasca und die nimmt dich liebevoll und trägt dich 6, 7, 8 Stunden. Okay, man kann sie nicht auch schlagen. Aber du kannst dich kontrollieren, du kannst die Hand halten, mit dem Betreuer kommen, du kannst auf die Toilette gehen, du kannst tanzen, kennst du es ja. Bei Bufo, boom, weg, tot. Ja, wobei ich jetzt kurz Fact checken muss, also 5-MeO-DMT hat weniger mit Ayahuasca chemisch was zu tun und mit DMT als Mushrooms. Also Mushrooms und DMT sind sich um einiges ähnlicher. 5-MeO-DMT Aber das Natürliche, nicht das Hergestellte. Ne, auch das Bufo ist was komplett anderes. Das hat einfach noch Bufotein drin. Das ist Bufo, der bekannteste Forscher, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber der, der das am meisten geforscht hat, der hat sogar mal behauptet, dass er 5-MeO-DMT nicht mal mehr als Psychedelikum bezeichnen möchte, weil es wirklich nochmal sowas komplett Eigenes ist. Es ist ja eigentlich keine psychedelische Erfahrung in meinen Augen. Also ich habe ja auch schon oft jetzt über Bufo geredet, deswegen. Ich sehe also, bei uns haben schon hunderte Menschen das gemacht und es ist immer dasselbe. Die berichten weisses Licht mit allem verbunden, bedingungslose Liebe. So, und das Lustige ist, die, die dann zuschauen, sehen dann, dass die danach natürlich aufstehen, weinen vor Freude, die sich umarmen und so eine Liebe spüren und dann kommen sie extra noch einmal Ritual besuchen, nur um Bufo zu machen. und letztens, das war wirklich, das hatten wir noch nie, letztens haben von 15 Teilnehmern alle 15 genommen. Wow. Das war, ich weiss auch nicht, woran es lag. Wirklich, vielleicht auch die Gruppe war richtig gut so. Also es sind immer gute Gruppen, aber die hat wirklich gepasst untereinander. so, und jeden Morgen ist Yoga, also wir machen Yoga, da haben wir wirklich einen Luigi, Pierre Luigi ist ein Italiener, der macht richtig liebevoll Yoga, aber jetzt nicht so, dass man den Fuss hinterm Kopf stellen muss, sondern normale Übungen, wo jeder halt machen kann. Dann gibt es Meditation, jeden Tag Integrationsgespräche, ich nenne das auch liebevoll Gesprächstherapien, mit der Fabienne, mit mir, mit der Schamanin im Kreis. Wir haben einen Infinity Pool, Sauna, das beste Essen, Topzimmer, Natur, vom Feinsten. Und Massagen sind auch inklusiv, jeder bekommt eine Massage. Wir haben zwei verschiedene Masseure, also wirklich Next Level Massagen, sage ich dem auch. Und dann ist es vorbei und nach diesen sieben Tagen beginnt ja die Integration erst recht an. Und das, was wir hier anbieten, das bieten wir auch erst seit einem Jahr an, gibt es so auf dem Markt nicht. Das heisst, ich habe daraus ein Mentoring gebaut. Das heisst, wir nehmen die Menschen noch acht Wochen mit jedem Donnerstag achtmal nacheinander, gibt es Integrationsgespräche in Gruppen. Wenn jemand wünscht, auch One-on-One, das ist alles inkludiert im Preis. Das heisst, eigentlich ist es eine dreimonatige Betreuung, Intensivbetreuung. Ja, das hat Rhythmia damals teuer im Upsell versucht zu verkaufen. Ja, das ist krass. Also Videos haben die verkauft, aber nicht sowas. Nicht sowas, ja. Ja, und das wird jetzt auch spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, auch bei dir, weil, also ich finde, du bist zu günstig persönlich. Das weisst du ja. Danke. Habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ich weiss. Aber trotzdem bin ich gespannt, wo das hingeht, weil ich bin zum Beispiel so ein Idealist, wo ich sage immer so, bevor ich es grösser machen will, mache ich es lieber teurer und habe dafür einfach weniger gute Leute, also einfach Leute, die das noch mehr wertschätzen, weil ich dann einfach auch das spüre, und deswegen bin ich gespannt. Ich weiss, was du meinst. Ja, du willst es halt auch. Ja, ich will es. Nicht jeder hat das ganze Geld. Ich finde es auch nicht viel Geld und es ist nicht einfach, diese Retreats auch zu bewerben, muss man auch offen sagen. kannst du gar nicht, oder? Facebook-Werbung. Kannst du gar nicht, du wirst gesperrt. Also bei mir alle, glaube ich, die Kinder sind gesperrt, ich, meine Frau. Hast du überall probiert? Jeder ist gesperrt fürs Leben lang. Oh Mann. Genau. Aber es geht trotzdem. Gebe nie, nie, gebe niemals auf. Ja, so. Und das ist für mich auch etwas Motivierendes, weisst du, wenn ich immer, wenn ich sehe, es geht nicht und kannst nicht und kurz vorm Aufgeben, dann gibt es bei mir immer noch diesen, du kannst es. Aber mal komplett losgelassen hast du? Oder gibt es bei dir dann auch immer diesen letzten? Wie meinst du losgelassen? Also im Sinne von Aufgeben heisst ja irgendwo auch Aufgeben, wenn du zum Beispiel jetzt Bufo rauchst. Kannst du da auch so loslassen, da kommt dann der, der nicht aufgeben will, trotzdem noch zurück? Nö, also ich habe Bufo über zehnmal schon genommen. Natürlich, also das kannst du nicht anders als loslassen. Ja. Also Bufo ist für mich mittlerweile früher, was dann mit Jesus geschehen, dann all diese Dinge, wo ich auch nackt im Pool reingesprungen bin. Das ist nicht mehr. Also wenn ich jetzt Bufo rauche, dann bin ich einfach bedingungslose Liebe, mit allem verbunden. Und dann verstehe ich, was das auch heisst, erwacht sein. Weil erwacht sein heisst, befreie dich von allen negativen Gedanken, allen negativen Gefühlen, negativen Emotionen. Und was bleibt, sind vier Zustände, nämlich Glückseligkeit, Freude, Liebe und Freiheit. Und das bist du dann 24-7. Und auf Bufo erlebe ich das. Und ich lasse mich ja auch begleiten in diesem Weg, habe ich ja auch mal erzählt von einem sehr starken Meditationslehrer, der sich aber auch nicht so nennt. Und deswegen öffnet sich mein Herz und ich bin jeden Tag in diesen Zuständen. Deswegen kann ich auch nicht müde werden, ich bin einfach glücklich die ganze Zeit und fröhlich und alles funktioniert und alles läuft, weil ich keinen Druck mehr habe. Ich muss nicht mehr. Früher war ich ungeduldig. Getrieben. Heute lasse ich es einfach fliessen. Das ist so ein schönes Gefühl und natürlich kann ich aber auch nicht 24-7 in diese vier Zustände nonstop sein. Ich sage noch nicht, aber dennoch schön mehrmals am Tag in diesen Zuständen zu verweilen und anhand von diesen, wie hoffe ich nochmal und wie kann man das nennen, Theorie, Philosophie, Erkenntnis, coache ich dann auch unsere Mentoring-Teilnehmer und bringe ihnen bei, dass sie nicht ihre Gedanken sind, dass sie nicht diese Körpers sind. Das hört sich immer so einfach an, okay, ich habe es verstanden, bin ich meine Gedanken, aber das muss man integrieren. Ich habe einfach festgestellt, wie Leid entsteht, wie Ängste entstehen und das ist alles Gedanken. Depression entsteht, weil du in der Vergangenheit denkst. Warum habe ich nicht, warum hätte ich nicht, warum, warum, warum. Also man gibt sich Vorwürfe und Unruhe entsteht, wenn du in der Zukunft denkst, ja, was soll ich da, wo, der, da. Und die Kunst ist es einfach, im Hier und Jetzt zu sein. Hier und Jetzt. Ja, also ich meine, für mich ist es ja auch ein Weg, den ich jetzt auch schon seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr durch psychedelische Unterstützung gehe, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht auch diese Initiation damals gebraucht hätte. Also das ist ja auch dieses Paradoxe an Psychedelika. Also auf der einen Seite bringen sie dich zwar in diese Erkenntnis, im Sinne von so, okay, krass, da gibt es wirklich was, aber dann die meisten, die dann diese Erkenntnis haben, bleiben dann bei dieser Phänomenebene und wollen dann immer wieder das erfahren, statt sich dann eben auch wirklich mit der, also mit der Arbeit selbst zu beschäftigen und dieses Samadhi, wie du es bezeichnest, richtig, zu kreieren, weil Samadhi ist ja etwas, das entsteht immer, wenn du halt wirklich in… Non-Dualität. Ja, wenn du aligned bist mit deinem Körper und deinem Geist, wenn es einfach kein Craving gibt, nichts, was du suchst, nichts, an dem du anhaftest, dann fühlst du dieses Gefühl und aus dem kannst du, das ist einfach der geilste Moment, oder? Und dafür brauchst du auch nichts mehr. Keine Psychedelik. Ich finde, ich finde Ayahuasca ist einfach ein Hilfsmittel. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Ein Hinweis. Weil, okay, sag jetzt mal einem, der sich mit nichts auskennt, bis er in solche Zustände kommt, bewusst, braucht es ja Disziplin. Ich weiss nicht mal, ob ich es geschafft hätte. Genau. Und wer hat diese Geduld, jeden Tag, paar Minuten, Stunden zu meditieren und sich mit Bewusstseins- Achtsamkeitsübungen zu beschäftigen? Aber einmal Ayahuasca trinken, Schädeldecke auf, aha, okay, ich habe es gesehen. Und dann Schädeldecke zu und jetzt gehe nach Hause und integriere das. Aber nicht nochmal gehen und nochmal trinken und nochmal trinken. Man kann sich natürlich auch dort verlieren. Schau mal das ganze Hype mit diesem Rappé. Ja. Also Bro, ich nehme Rappé nur bei Zeremonien, wenn ich erbrechen will oder in der Zeremonie mich zu erden. Aber die anderen nehmen das 10, 20, 30 Mal am Tag und sagen, runterkommen, erden. Das sage ich ja, willst du dich 20 Mal am Tag erden? Also was stimmt denn nicht mit dir? Es ist sogar so, dass ich sage, dass Rappé der Grund ist, warum du es nicht in Samadhi schaffst. Weil das ist ja das Craving. Das heisst, Leute, die jahrelang Rappé konsumieren, ich glaube, die sind verflucht. Okay, gut, das ist jetzt deine Theorie. Ja, aber es ist ja wie Zigaretten. Es ist ja wie... Es sucht. Es ist eben eine Sucht. Und wer sucht, wer sucht hat, der sucht. Sucht, gleich suchen. Fehlender Mangel. Wenn du auf der Suche bist, bist du im Mangel. Und dann kommst du nicht in Samadhi. Das heisst, da musst du ja dann trotzdem immer wieder alles zurückgehen. Also ich will nicht, verflucht ist vielleicht eine falsche Wort, aber die haben auf jeden Fall noch einen viel längeren Weg dann wieder vor sich. Sie haben wieder was Neues gefunden, was sie anhaften. Genau. Kein Alkohol, keine Drogen, aber dafür mehrmals ein Tag Rappé. Krasser Scheiss, Mann. Also wenn wir jetzt hier, wie gesagt, ich habe ja auch schon Leute zu dir geschickt, wenn wir jetzt hier im Podcast noch die letzten Minuten uns nehmen dürfen, du machst diese Retreats ein paar Mal pro Jahr, wenn sich jetzt Leute über diesen Podcast bei mir melden, Bro, bei dir melden über diesen Podcast, was müssen die dir sagen, dass ich da hier auch noch was davon profitiere, ganz transparent. Und du auch weisst, was für krasse Leute hier zuhören. Verflucht sei Rappé. Okay, das ist das Code-Wort. Das ist vielleicht zu lange. das ist falsch gemacht. Nein, die sollen auf dich verweisen, Mischa. Jane is live. Jane is live. Dann weiss ich. Und dann gibt es für die noch ein kleines Goodie. Können wir machen, ja. Wir haben jetzt im August, also jetzt vom 28. August bis zum 3. September und das nächste ist dann im Oktober. Aber Oktober ist fast ausgewogen. Ich wäre im August auch gerne dabei gewesen, aber ich bin ein Burning Man. Ich weiss. Das kann ich halt nicht streichen. Das weiss. Der Patrick auch, er hat es auch nicht geschafft. Ja. Ja. Das ist okay. Genau. Ja, danke dir für die Einladung, aber wir haben noch so viele Themen offen, vielleicht, wenn die Leute das feiern, können sie vielleicht mal in den Kommentaren schreiben. Was wäre das nächste Thema, was du raushauen möchtest? Oder würdest? Ich würde gerne das Thema Spiritualität mit dir mal auseinandernehmen, weil heutzutage, weisst du, Spiritualität wurde wie Gott, wird mittlerweile im Schmutz genommen. Und die Menschen wissen ja gar nicht mehr, was Spiritualität ist. Wenn du das Wort Spiritualität sagst, denken viele wegen einem, keine Ahnung, langjähriger, arbeitsloser Sozialfalltyp, der einfach nur meditiert. Dabei ist Spiritualität etwas sehr, sehr Schönes, genauso wie auch Religion. Und ich denke, diese zwei Themen, die haben mich mein Leben lang beschäftigt. Und ich habe für mich, als serbischer Orthodoxer, habe ich den Frieden gefunden mit Religion und Spiritualität und spezielle Erkenntnisse. Ich denke, das wäre auch so ein Thema, wo wir... Alright, meine Freunde, ihr wisst Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Link zu den Retreats hauen wir in die Beschreibung, in die Shownotes. Und ich sage, wie sagt man, dziękuję bardzo. Was, wie sagt man? In Jugoslawischen. Was war das? Das war Polnisch für Danke. Chwala. Chwala, Chwala. Chwala da schief, ja. Und auf Schamanisch sagen wir Aho. Aho. Danke für das Gespräch, Bro. Danke dir, Bro. Danke.